Kreisverband Rhein-Erft, von Tanja Gruber aus dem Kreisverband Wesel, von Sabine Vonderbeck aus dem KV Herne, von Maria Nisturio aus dem KV Düren, von Lisa Anschütz aus dem Kreisverband Rhein-Sieg und von Petra Schenke aus dem Rheinkreis Neuss. Und solltet ihr euch auf diese Plätze bewerben wollen und euren Namen gerade nicht gehört haben, ist jetzt langsam aber sicher der letzte Zeitpunkt, um eure Bewerbung zu erklären. Und dann würden wir jetzt gleich die Kandidatinnenliste schließen. Aber wir warten noch, weil wir ja ein bisschen Verzögerung haben. Aber es wäre super, wenn ihr innerhalb der nächsten 30 Sekunden dann mal auf den Knopf drücken würdet, dass ihr kandidieren möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann würde ich jetzt die Kandidatinnenliste schließen und uns liegen dann folgende Bewerbungen in alphabetischer Reihenfolge vor. Lisa Anschütz, KV Rhein-Sieg, Sabine von der Beck, KV Herne, Regina Kaiser, KV Rhein-Erft, Tanja Gruber, KV Wesel, Maria Nestorio, KV Düren und Petra Schenke aus dem Rheinkreis Neuss. Jetzt gerade noch mit dazugekommen ist Annette von dem Bottlberg. Wir bereiten das jetzt soweit vor. Ich kann euch ja schon mal sagen, diejenigen, deren Bewerbungsreden ihr gestern bereits gehört habt, egal ob analog oder digital, haben heute nochmal die Möglichkeit, sich bis zu einer Minute in Erinnerung zu rufen. Bei allen anderen ist es so, dass sie die fünf Minuten Vorstellungszeit haben und anschließend fünf Minuten Zeit zur Beantwortung eurer Fragen. Vielen Dank. Ich habe noch mit 8 Minuten Redezeit. Ich habe noch eine dachte, die Ingegriffe, wie ich sage, dass das eine Einfluss, weil ich unbegrenzt habe, aber eine kleine Bewerbungen, würde ich Ich habe noch eine wunderbare Einfluss, weil sie sagen, wenn wir sie Ich habe vor allem sehr, sehr bei uns, weil sie sich in die Auge mit einer anderen Situation in dem einen Bewerbungen im Vielen Dank. So, dann starten wir in die Vorstellungen und starten mit Lisa Anschütz aus dem KV Rhein-Sieg. Die hat sich gestern bereits vorgestellt und wird sich jetzt noch mal eine Minute digital in Erinnerung rufen. Vielen Dank. 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 Also auch im Saal von der Beg aus dem Kreisverband Herne hat sich hier gestern bereits analog vorgestellt und wird sich auch heute noch mal eine Minute digital in Erinnerung rufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, du kannst, wir hören und sehen dich und du hast eine Minute Zeit. Ja, guten Morgen, liebe Delegierte. Ich bin die Kommunaler aus dem Ruhrgebiet, die in Berlin das Geld besorgen will, damit wir in allen Kommunen viele gute grüne Projekte umsetzen können. Das geht über die Gestaltung von Steuern, die Überprüfung von Fördermitteln und die Tilgung von Altschulden. Damit das klappt, brauche ich eure Unterstützung und bitte euch ganz herzlich um eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Morgen alle zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mich heute hier nochmal zu bewerben. Ich habe kein Votum. Ich bin nicht Delegierte, aber ich finde einfach, jetzt ist es echt an uns, eine richtig lange Reserveliste zu füllen. Die Zeiten sind echt vorbei. Ich bin schon lange in der Kommunalpolitik dabei, wo wir ewig suchen mussten, dass wir gute Plätze besetzen können in den hinteren Reihen. Und jetzt können wir endlich starten und sagen, wir sind super, super aufgestellt. Mein Thema ist Kinder, Jugend, Familienpolitik. Das ist nicht gerade das super sexy Thema, das weiß ich, aber umso wichtiger finde ich es. Ich möchte es auch gerne mit einem Perspektivwechsel machen. Ich möchte immer mehr aus Sicht der Kinder und Jugendlichen gucken. Ich möchte sie ernst nehmen. Im Entwurf von unserem Bundeswahlprogramm sagen wir Kinder in den Mittelpunkt. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin als Kommunalpolitikerin, ich fand unser Slogan, Kinder ernst nehmen, Kinder, die die Welt gehört, ernst nehmen, viel schöner. Weil darum geht es eigentlich, dass wir Kinder ernst nehmen und einen Perspektivwechsel und ihnen gemeinsam vornehmen. Und da sind wir Grün auf einem Superweg. Was wünschen sich Kinder von einer Familie? Sie wünschen sich Geborgenheit und Liebe. Es kommt nicht auf das klassische Familienbild an. Was wünschen sie sich bei einem Klassenausflug? Sie wünschen sich, dass alle mitfahren können. Da sind wir mit Kindergrundsicherung auf einem richtigen Weg. Was wünschen sich Kinder, wenn sie die gleiche Arbeit machen, wenn sie gleichzeitig aufrollen? Sie wünschen sich, dass Mädchen und Jungen gleich bezahlt werden, gleich einen Lohn bekommen, genau wie Erwachsene. Sie sind da viel, viel weiter als wir. Und glücklicherweise hören wir Grüne da eigentlich auf die Kinder. Wir nehmen das von ihnen an. Aber noch schlimmer ist es deswegen, dass Kinder, die uns so wichtig sind, in der Pandemie alleine gelassen wurden. Es gab keinen wirklichen Rettungsschirm für Kinder. Kinder bekamen keine Anlaufstellen mehr. Kinder, die in Familien lebten, waren Gefahrensituationen ausgesetzt. Davor, wofür sie sich eigentlich immer schützen, waren sie plötzlich alleine. Genau das Gleiche betraf die Frauen. Frauen in Gefahrensituationen. Frauenhäuser waren nicht mehr zugänglich. Es gab keine Anlaufstellen mehr, keine Jugendämter, keine Frauenberatung mehr. Wir haben alle geschrien, das muss es doch geben. Und es gibt es ja auch, aber es gibt es zu wenig. Wir brauchen auch genau dafür flächendeckend Unterstützung. Das alles, was jetzt kommt, diese Öffentlichkeitsarbeit, ist alles nicht wirksam. Es muss einen Anspruch auf diese Hilfen geben. Flächendeckend, auch im ländlichen Bereich, nicht nur in großen Städten. Da müssen wir noch ganz viel nacharbeiten. Und da ist all das, was jetzt gerade auch die Landesregierung in NRW macht, Powerhäuser zu entwickeln, nicht das Richtige. Es muss flächendeckend sein, nicht nach dem Gießkannenprinzip, nicht mit irgendwelchen Modellprojekten, sondern nachhaltig. Für Kinder in Gefahrensituationen, genauso wie für Frauen und Männer in Gefahrensituationen. Wir haben erlebt, dass unser System eben nicht sicher ist, dass es ganz, ganz viele Löcher aufweist, dass es in Pandemiezeiten Plan A, Plan B geben muss, dass es aber auch in anderen Zeiten viel mehr Unterstützung geben muss für diese Schwächeren, dass wir sie da nicht vergessen dürfen, dass wir alle mitnehmen müssen. Und wenn wir in unser Grundsatzprogrammentwurf gucken, sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, ich kann das gut beurteilen, weil ich das schon viele Jahre mache in der Kommunalpolitik, als Vorsitzende von einem Jugendhilfeausschuss, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende beim LWL, habe ich viel mitgetan, dass wir da auf einem Weg sind, aber ich sehe eben auch, und das kann ich besonders sehen als Sozialarbeiterin, täglich vor Ort, wie viel wir noch leisten müssen. Und was ich möchte, als Sozialarbeiterin bin ich oft, dass ich für die Menschen rede, für die Menschen eintrete, aber das ist nicht mein Ziel in Berlin. Da möchte ich, dass die Menschen selber ihre Stimme erheben. Danke. Ja, herzlichen Dank, liebe Annette. Es liegen Fragen für dich vor. Wir warten noch kurz ab, bis die letzten Fragen eingegangen sind. Und dann ziehen wir aus dem Pool drei Fragen. So, es dürften jetzt alle Fragen eingegangen sein. Annette, jetzt gleich kommen deine drei Fragen und du hast dann bis zu fünf Minuten, um diese drei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist von Jan Rienke. Wie wirst du dich speziell für Regenbogenfamilien einsetzen? Die zweite Frage ist von Leon Schlömer. Ab welchem Alter sollten Menschen das aktive Wahlrecht bei Bundestagswahlen erhalten? Und die dritte Frage ist von Elias Aaron Akburali. Welche Strategien schlägst du zur Stärkung der Jugendhilfe gerade in den Kommunen vor Ort vor? Siehst du vermehrt die Anfeindung von Mitarbeitenden der Jugendämtern als Problem? Ach, das sind ja super Fragen. Habe ich ja richtig Spaß dran. Denk dran, dass du die rote Karte bereitlegst. Ja. Regenbogenfamilie, die Frage stellt sich für mich nicht wirklich. Also ich arbeite schon seit vielen Jahren in der Familienberatungsstelle. So dass für mich Familie, das, was ich eben sagte, Familie ist das für mich der Zusammenhalt. Da spielt keine Rolle Vater-Mutter. Eine rechtliche Gleichstellung ist da völlig unabdingbar. Das ist überhaupt kein Thema, finde ich. Das Gleiche betrifft aber auch Familien, wo Elternteile eine Behinderung haben oder eine geistige Behinderung haben. Entscheidend ist, wie fühlt sich das Kind? Wie gehen Eltern und Kind miteinander um? Oder auch, wie geht die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater mit dem Kind um? Das ist das Einzige, was für mich im Mittelpunkt steht. Wie geht es dem Kind? Und da bin ich sicher, ein Kind braucht Liebe und Geborgenheit. So, das ist das Erste. Das Zweite war, sagt ihr mir nochmal ein Tipp? Das aktive Wahlrecht im Bundestag? Also aktive Wahlrecht ist gar keine Frage. Aktive Wahlrecht ab 16. Ernst nehmen, wem die Zukunft gehört. Das heißt, da sind Jugendliche ganz vorne weg. Und da geht es nicht nur um Fridays for Future. Ich glaube, dass Jugendliche, und das habe ich, glaube ich, eben versucht darzulegen, die wichtigsten Fragen für uns mit beantworten können. Das heißt, wir müssen sie damit ernst nehmen. Und mit ernst nehmen heißt, sie dürfen auch aktiv ihre Zukunft gestalten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, als große Vision, Wahlrecht ab 14 oder Wahlrecht drunter, weil ich glaube, da müssen wir hin. Aber pragmatischer ist zu sehen, Wahlrecht ab 16. Das andere war Anfeindungen von Mitarbeitern in der Jugendhilfe. Das habe ich hier so nicht wahrgenommen. Was ich ganz extrem wahrnehme, sind natürlich Kürzungen. Dass es immer mehr Bereiche Kürzungen gibt. Ich finde, eine Katastrophe mit den offenen Jugendzentren umgeht, gegangen wird. Weil ich glaube, dass das so ganz befestigte, feste Säulen sein müssen. Und wenn wir Strategien in den Kommunen fahren würden, noch mehr Partizipationsmodelle zu installieren. Ich glaube, dann hätten wir dieses Problem auch viel weniger, weil die Jugendlichen dann auch in den Jugendhilfeausschüssen vor Ort ein deutlicheres Mitspracherecht haben. Jetzt ist das ja leider oft so, dass da irgendwie nur die Träger der Wohlfahrtsverbände mitsitzen. Ich glaube, da müssen wir dringend dran, was zu ändern. Aber das ist erstmal eine Frage der Kommunen und natürlich auch NRW-mäßig. Da gibt es super Ansätze und ich glaube, das sind gute Wege, die wir da fahren. Und wenn man diesen Weg geht, die Jugendlichen zu beteiligen, dann stellen sich auch diese Fragen für die Mitarbeiterinnen in den Ämtern und in den Jugendzentren weniger. Ja? Ja, vielen Dank. Dann, genau, sind wir mit deiner Bewerbung durch und kommen zu Regina Kaiser aus dem Kreisverband Rhein-Erft. Die hat sich gestern hier bereits analog vorgestellt und ist auch heute wieder hier bei uns, um sich eine Minute in Erinnerung zu rufen. Genau, du darfst. Ich darf. Guten Morgen, guten Morgen. Gestern gegen Anke, die eine ganz tolle Rede gehalten hat, unterlegen, trete ich heute erneut an, weil es mir einfach wichtig ist, dass junge Leute, Menschen mit Migrationshintergrund, durch Aufstockung von BAföG, durch Ausbildungsfonds, bessere Starts hinlegen können, bessere Chancen bekommen, in ihrem Eintritt in den Ausbildungsberuf, ins Studium und ins eigenständige, selbstständige Leben. Ich bin selber Lehrerin an einer Hauptschule im Brennpunkt Köln-Mülheims. Ich arbeite an der Basis, ich weiß, was Sache ist und das möchte ich einbringen und nach vorne bringen in den Bundestag, damit wir endlich auch dann an der Basis besser arbeiten können. Dafür trete ich an. Ich bitte um eure Unterstützung, dass es für mich hier weitergeht und meine Kenntnisse, meine Erfahrungen mit einbringen kann. Und gestärkt durch ein Votum hier von Bezirksverband Mittelrhein und von den Mitgliedern des Rhein-Erft-Kreises, trete ich hier erneut an und freue mich drauf. Vielen Dank, Regina. Und wir kommen direkt zur nächsten Bewerbung. Tanja Gruber aus dem Kreisverband Wesel hat sich noch nicht vorgestellt und ist jetzt digital zugeschaltet. Und auch du hast, wenn du gleich da bist, fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und an euch nochmal die Erinnerung, wenn ihr Fragen habt an Tanja, stellt sie optimalerweise während ihrer Rede, sodass wir hier zum Ende der Rede oder nach der Rede dann auch losen können und fortfahren mit den fünf Minuten, mit der Beantwortung der Fragen. So, Tanja ist da und dann hast du jetzt fünf Minuten Zeit. Grün ist die Hoffnung. Und das Prinzip Hoffnung ist es auch, welches mich hier heute vor euch führt, liebe Freundinnen. Es ist die Hoffnung, aus der diesjährigen Bundestagswahl als grüne Sieger hervorzugehen, endlich in Regierungsverantwortung die Probleme unseres Landes angehen zu können und gemeinsam die besten Lösungen zu finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei diesen miteinander verworbenen Problemen auch nur ein verworbenes, starkes Gesamtkonzept helfen kann, wie wir es auch in unserem Wahlprogramm verankert haben. Wir müssen ein solides Fundament schaffen, auf dem wir dann aufbauen können. Neben der ökologischen Verkehrs- und Energiewende sehe ich einen der wichtigsten Faktoren hierfür auch in der Schule und Bildungspolitik. Denn wie bereits in meiner Bewerbung erwähnt, kann man eine offene und nachhaltige Gesellschaft nicht erzwingen. Man muss sie aufbauen. Und man muss ihr die Chance geben, zu wachsen und zu lernen, wie man gemeinsam gestaltet. Das sollte meiner Meinung nach schon bei den Jüngsten beginnen. Unsere 15-jährige Tochter bemängerte letztlich, dass sie zwar eine Kellerasse sezieren, aber keine Pflanzen kultivieren kann und Ressourcen nicht nachhaltig zu nutzen lernt. Warum ist Anatomie im Lehrplan, Pflanzenanbau aber nur in der Garten-AG? Warum führt der obligatorische Wandertag allzu oft in den Freizeitpark und näher in den Wald? Wir sehen doch an Fridays for Future und ähnlichen Organisationen, dass die nächste Generation willens ist, etwas zu ändern. Jetzt ist es an uns, ihnen den Weg dazu zu bereiten. Mit einer unbürokratischen Schulrechtsreform, mit neuen modernen Lehrplänen und dem passenden Equipment. Hierzu müssen nicht nur die Rahmenbedingungen vom Bund neu gedacht werden, es müssen auch bestehende Hilfen wie Förderprogramme besser zugänglich gemacht werden. Des Weiteren müssen wir unser Bildungs- und Schulsystem endlich gleichberechtigter und inkludierender gestalten. Bildung sollte unabhängig von finanziellen oder sozialen Hintergründen für jeden gleichermaßen zugänglich sein. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie schwer es beispielsweise junge Alleinerziehner haben können. Ich musste mich damals zu Studienbeginn als 21-jährige Alleinerziehende Mutter oftmals mit sehr persönlichen und auch teilweise Anfeindungen auseinandersetzen und wusste damals noch nicht die passenden Antworten darauf. Aber da das Leben nun mal vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird, möchte ich diese Erfahrungen jetzt gerne nutzen, um jungen, wehrenden Müttern und auch Alleinerziehenden im Allgemeinen da eine Hilfe sein zu können und für Gleichberechtigung in Schule, Ausbildung und Studium zu kämpfen. Denn nur wer sich akzeptiert und mitgenommen fühlt, kann sich in einer Gesellschaft auch entfalten und schlussendlich an ihrer positiven Weiterentwicklung mitwirken. Was wir aktuell in unserem Land sehen, ist eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation, die viele Leute an ihre beruflichen, wirtschaftlichen und auch persönlichen Grenzen bringt. Und doch sehen wir auch mehr Solidarität miteinander als vor Corona. SchülerInnen organisieren gegenseitige digitale Nachhilfestunden, Nachbarn kaufen füreinander ein, wir bleiben zu Hause, um uns und unsere Leben, um letztlich aber auch uns alle zu schützen. Wir sehen Menschen, die bereit sind, sich einzubringen und zu gestalten. Urban Gardening und Essbare Städte sind nur zwei Beispiele. Allgemein herrscht in unserem Land nach langem Dornröschenschlaf und weiter so endlich eine erfrischende Aufbruchsstimmung. Sicher nicht zuletzt von den guten Wahlergebnissen von uns Grünen beflügelt. Ich möchte mit euch diesen Schwung nutzen, um im September ein grünes Wunder zu wagen. Ich möchte diesen Funken in den Menschen schüren und gemeinsam mit ihnen unser Land auf einen lebenswerten, solidarischen und zukunftsfähigen Weg bringen. Ich selbst konnte mich in den letzten Jahren, die ich vorrangig der Kinderbetreuung widmen durfte, in vielen Bereichen engagieren. Sei es Jungs im Stadtrat oder seit Jahren im NABU, Kommunalen Tierschutzvereinen und als Schulpflegschaftsvorstand. In dieser Funktion habe ich auch eine Gruppe an der größten Schule unserer Kommune mitbegründet, die für den aktuellen Digitalunterricht endlich alle drei Mitwirkungen an einen Tisch bringt, nämlich LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern und wo gemeinsam von der Basisauslösung gearbeitet werden. Mit mir auf unserer Liste würden wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen dafür, dass jeder in unserem Land, der sich einbringen möchte, dies auch tun kann, unabhängig von seiner Berufswahl. Auch Hausfrauen und Männer müssen repräsentiert werden. Und ich setze mich dafür ein, dass diese Berufsbezeichnung ihren negativen Beigeschmack verliert. Hierfür hoffe ich auf eure Unterstützung. Danke. Vielen Dank, liebe Tanja. Wir warten jetzt noch mal ab, ob noch mehr Fragen an dich eingehen. So, es gibt bislang zwei Fragen. Die würde ich dir jetzt vorlesen und dann hast du bis zu fünf Minuten Zeit, auf diese Fragen zu antworten. Die erste Frage ist von Philipp Schorn-Giesinger. Was bedeuten für dich moderne Lehrpläne? Und die zweite Frage ist von Elias Arun-Akborali. Wie stehst du zu einer inklusiven Bildungswende? Sollten Förderschulen mittelfristig abgeschafft werden und inklusive Regelschulen die Zukunft sein, um moderne und vielfältige gemeinsame Lernräume für alle SchülerInnen zu schaffen? Ja, erst mal zu Philipp. Ich glaube, moderne Lehrpläne sollten vor allen Dingen flexibler sein und ein ganzheitlicheres Konzept verfolgen. Es gibt viele Themenbereiche, die in mehreren Fächern vorkommen müssten. Und gerade jetzt, wo wir mit unserem Klimawandel hier alle Hände voll zu tun haben, sollten das Themen sein, die nicht nur im Biologieunterricht vorkommen, wie funktioniert Erderwärmung, sondern auch, was heißt das für uns ökonomisch? Was heißt das für uns gesellschaftlich? Was heißt das für uns in unserer weiteren Entwicklung einfach? Deshalb sollte es in alle Themenbereiche reingehen. Also es müsste ein viel fächerübergreifender Kanon geschaffen werden. Und vor allen Dingen sollten die Lehrpläne aktualisiert werden, regelmäßig. Und Elias, Förderschulen abschaffen oder nicht? Ich weiß aus meinem persönlichen Umfeld, dass es unglaublich gut funktioniert mit der Inklusion in die Regelschulen, dass es für die Kinder unglaublich fördernd ist, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, egal welcher Hintergrund da ist und egal aus welchem Grund sie jetzt in die Inklusion fallen. Ich weiß aber auch, dass ab einem gewissen Alter ein Frust aufkommt, warum bekomme ich keine richtigen Noten? Wurde ich zum Beispiel von einem bekannten Kind gefragt. Warum sollte ich mich anstrengen? Ich werde ja eh durchgewunken. Ist das Gefühl, dass dieses Kind vermittelt bekommen hat? Und ich glaube, wir sollten sehr sensibel an dieses Thema rangehen und vielleicht individuelle Möglichkeiten schaffen. Also dass Eltern individuell für ihr Kind entscheiden können, möchte ich eine Regelschule oder möchte ich eine Förderschule? Ich finde, das ist etwas so Persönliches, weil es von jedem Kind und jeder Persönlichkeit ja abhängt, dass wir da keine stringenten Vorgaben machen sollten. Allerdings habe ich mich mit dem Thema Förderschulen auch noch nicht ganz ausführlich befasst. Ja, vielen Dank, Tanja. Dann kommen wir jetzt zur In-Erinnerung-Rufen von Maria Nestorio aus dem Kreisverband Düren. Die hat sich ja vorgestern schon vorgestellt, hat sich gestern in Erinnerung gerufen und hat jetzt wieder eine Minute Zeit, sich bei euch in Erinnerung zu rufen. Wir warten kurz. Da ist Maria. Hallo, Maria. Du hast jetzt eine Minute Zeit, nochmal dich vorzustellen. Gut, Herr Holt. Ich hätte gerne Ihnen eine Frage stellen am Anfang dieser Botschaft. Glauben Sie, dass die Herausforderungen von Jahr 2020 und 2021 oder 2022 zufällig sind? Glauben Sie, dass Gott in Kontrolle ist? Vielleicht sollen wir antworten, warum sind diese Herausforderungen gekommen? Ich bin ganz überzeugt, dass Gott an der ganzen Welt etwas zu kommunizieren durch diese Pandemie hat. Es waren sehr viele Dinge hier gesprochen. Dabei waren sehr viele interessante und wertvolle. Ich möchte in dieser kurzen Rede nur etwas über den Ukraine-Konflikt erwähnen. Ich komme aus Rumänien und ich weiß, dass für Rumänien die beste jetzige Alternative ist die Neutralität in EU. Also in EU, aber neutral. USA ist jetzt am Zaun mit Russland, was ganz gefährlich ist. Eine Gute für neutrale Länder, die in EU sind. Rumänien, Etland, Lettland, Lettland, Ukraine. Maria, kommst du bitte zum Ende? Ich habe nur ein Zeichen gesetzt. Du hattest jetzt nur eine Minute, um dich in Erinnerung zu rufen. Kommst du bitte zum Ende? Ja, dass ich kein Auto besitze, aber Führerschein habe und Leidenschaft, ich fahre. Maria, du musst jetzt wirklich beenden. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ich bedanke mich bei Ihnen und für Ihr Vertrauen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Maria. Dann kommen wir jetzt zur letzten Vorstellung für diesen Platz. Angereist aus dem Rheinkreis Neuss ist Petra Schenke. Die hat sich noch nicht vorgestellt. Das heißt, Petra, du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und wer Fragen an Petra hat, kann die gerne während ihrer Rede dann schon einreichen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier, weil wir ein grünes Kanzleramt wurden. Unser Wahlprogramm ist ein richtig guter Fahrplan für die Zukunft Deutschlands, für ein Leben in Würde, für eine grüne Wirtschaft und Netto-Klimaneutralität. Dass wir unsere Zimmerklinie erreichen, entscheidet sich nicht zuletzt auch im Rheinkreis Neuss. Denn in meinem Direktwahlkreis, direkt an der Baggerkante von Garzweiler, steht mit dem Kraftwerk Neurad eines der großen Stromkraftwerke, aber auch der zweitgrößte CO2-Emittent Europas. Daher muss die grüne Energiewende hier gelingen. Doch die Skepsis der Menschen im rheinischen Revier ist teilweise groß. Denn bis zu 42.000 fürchten, dass ihre Arbeitsplätze nicht mehr sicher sind, wenn wir die Bagger anhalten und alle Kraftwerke recyceln und Strom aus Braunkohle endlich der Vergangenheit angehört. Ihr Lieben, wenn wir in Berlin die stärkste Fraktion stellen und unser Programm umsetzen wollen, dann müssen wir auch im rheinischen Revier im Blick behalten. Und wir brauchen starke Abgeordneten, denen es gelingt, die Menschen und die Wirtschaft abzuholen, sie zu begeistern für unsere grünen Konzepte, für eine Kreislaufwirtschaft, für eine sozial-ökologische Modernisierung und für eine Aufbau-Offensive für erneuerbare Energien. Wir müssen die Menschen immer wieder zuhören, ihnen die Angst nehmen und zeigen, dass sie auch ohne Braunkohle ihre Miete bezahlen können, wenn wir die Rahmenbedingungen neu setzen. Dass Lichter in unseren energieintensiven Industrien weiterleuchten, wenn sauberer Strom und grüner Wasserstoff die Maschinen antreibt. Dann wird das rheinische Revier und Deutschland zwar nicht mehr ein Stromexporteur sein, aber eine Modellregion dafür, wie Energiewandel gelingen kann und wie er sich lohnt. Denn nichts ist besser als eine Herausforderung im Land der Chemiker und Ingenieure. Die Biotech-Branche macht es uns ja gerade vor. Durch mutige Investitionen in neue Impfstoffe ist Deutschland auf dem besten Weg, zur Hightech-Apotheke der Welt zu werden. Das Beispiel zeigt uns auch, investieren lohnt sich, gerade dann, wenn Geld verdienen und gutes Tun zusammenkommt. Das ist nicht nur für Deutschland wichtig, denn wenn wir jetzt die Technologien und Verfahren entwickeln für günstige grüne Energie, dann können wir nicht nur die Klimakrise abwenden, sondern auch Fluchtursachen bekämpfen. Denn billige, saubere Energie in jeder Hütte zur Verfügung steht, dann profitieren auch gerade die Ärmsten von dem wirtschaftlichen Aufschwung ihrer Länder. Deswegen muss Deutschland vorangehen, mit dem grünen Klimapaket, mit den Industrien, mit den Unternehmen, statt Schlupflöcher zu ermöglichen. Doch dafür müssen wir die wahren Kosten eines Kraftstoffes einfordern, nach Berechnungen des Bundesumweltamtes, kostet eine Tonne CO2 640 Euro, aber ein Zertifikat aktuell nur 25 Euro. Das ist doch ein Witz. Das ist noch nicht mal ein Trostplaster. Die Energiewende, in die Energiewende zu investieren, muss sich lohnen. Statt hohe Kosten für nachhaltige Energie, wie grünen Wasserstoff und Scheinargumente vorzuschieben, müssen wir handeln, die Anzahl der CO2-Zertifikate am Markt reduzieren und den Preis schnellstens erhöhen. Den Ausgleich schaffen wir durch ein Energiegeld pro Kopf. Es entlastet speziell die Geringverdienenden und lässt die Augen leuchten. Und gleichzeitig ist es ein Anreiz für Spitzenverdiener, endlich nachhaltiger zu verbrauchen, nachhaltig zu wirtschaften und zu investieren. Und sie wollen investieren. Das Geld ist da. Der Spruch Money makes the world go round hat auch etwas Gutes. Denn inzwischen ist es cool, in nachhaltige Projekte zu investieren. Und genau dafür wollen wir die Rahmenbedingungen und Standards setzen, Planungssicherheit schaffen für gut bezahlte Arbeitsplätze, Startups und kleinere Unternehmen fördern. Dafür brauchen wir konsequentes grünes Handeln, Mut und Entschlossenheit. Ihr Lieben, dafür, dass wir der grüne Energie- und Strukturwandel gelingt, gehe ich mit euch in den Wahlkampf. Denn wo andere Probleme vermuten, sehe ich Lösungen. Ich liebe es, Menschen zuzuhören, sie zu begeistern und zu motivieren, über sich hinauszuwachsen und große Ziele Schritt für Schritt umzusetzen. So wie ich. Ich bin Petra Schenke, Sprecherin des Kreisverbandes und Kreistagsabgeordnete im Rhein-Karst Neuss. Ich komme aus dem Handwerk und habe fünf Jahre in den USA gelebt, anschließend auf dem zweiten Bildungsweg in Regensburg und Oxford Betriebswirtschaft studiert und danach ein Internetunternehmen und zwei Kinder großgezogen. Und jetzt bitte ich euch um eure Unterstützung und euer Vertrauen, diese Lebenserfahrung, Energie und Zuversicht in den Bundestag zu tragen. In Berlin starke, grüne Politik zu machen. Danke. Vielen Dank, liebe Petra. Wir warten jetzt noch kurz ab, ob noch weitere Fragen für dich eingehen. Und wir bitten jetzt auch schon mal die zukünftigen Fragestellerinnen sich daran zu halten, nur eine Frage zu stellen und nicht verklausuliert mehrere Fragen in eine zu verpacken. So, Petra, es liegen für dich zwei Fragen vor. Ich fange an mit der ersten von Elias Aron Akburali. Wirst du dich mit mittelständischen und kleinen Unternehmen zusammen für eine Klima- und Energiewende im Rheinkreis Neuss und in Deutschland einsetzen? Wie möchtest du den RKN zu einem grünen und nachhaltigen Wirtschafts- und Energiestandort mit Vorbildcharakter weiterentwickeln? Zweite Frage. Bist du soweit? Von Philipp Schorn-Giesinger. Wieso ist es fair, dass Impfstoffforschung überwiegend staatlich finanziert wird, aber die Profite jetzt privatisiert und die Versorgung von Entwicklungsländern verzögert werden? Für die Beantwortung der Fragen hast du bis zu fünf Minuten. Danke. Also, lieber Herr Giesinger oder lieber Philipp, danke für deine Fragen. Sie sind immer sehr interessant. Fair ist das gar nicht. Überhaupt nicht. Denn wir sollten nicht nur den Biotech-Unternehmen jetzt die Mittel zur Verfügung stellen. Da wird etwas verzögert und wir könnten das viel, viel besser. Und deswegen gehen doch wir Grüne ins Parlament. Wir wollen doch endlich das ändern. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das schaffen. Kleine und mittelständische Unternehmen im Rheinkreis Neuss Wir haben ein unglaublich cooles Wahlprogramm für den Rheinkreis Neuss und auch in unserem großen Wahlprogramm ist ganz viel dafür drin, wie wir die mittelständischen und kleinen Unternehmen fördern können, wie wir Rahmenbedingungen verändern, wie wir Barrieren abbauen können, unnötige Bürokratie wegnehmen können. Das müssen wir zusammen mit den Leuten machen, zu den Bäckern gehen, zu den Handwerkern gehen, sagen, was hindert euch zu wachsen? Was macht es schwierig? Wir brauchen Coworking Spaces, nicht nur im Rheinkreis Neuss, überall. Wir müssen einfach kreativ werden und es steht so viel in unseren Programmen hin, das macht keinen Sinn, das jetzt auszuwaldobern, im Einzelnen. Ich bin mir sicher, durch Zuhören und Begeistern kriegen wir die Leute dazu, dass wir genau die Rahmenbedingungen setzen können, die die Menschen brauchen, um erfolgreich zu sein. Und dafür möchte ich gerne werben und mit euch zusammenarbeiten. Danke. Vielen Dank, Petra. Du warst die letzte Kandidatin für die Plätze 45, 47, 49, 51 und 53, sodass wir jetzt in die Abstimmung kommen. Es ist so, dass wir, wie schon gesagt, eine verbundene Einzelwahl machen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf diesen Plätzen bis zu fünf Stimmen abzugeben oder aber ihr stimmt mit Nein, wenn ihr alle Kandidatinnen auf allen dieser Plätze nicht wollt oder mit Enthaltung, dann enthaltet ihr euch für alle Kandidatinnen auf alle Plätze. Ihr könnt natürlich auch weniger als fünf Stimmen vergeben, aber maximal fünf. Dann ist der Wahlgang jetzt eröffnet. Auch hier nochmal der Hinweis, solltet ihr Probleme haben beim Abstimmen, habt ihr auf der rechten Seite ein Fragezeichen und dann wird euch sehr schnell und kompetent geholfen. So, es kommen schon Stimmen rein von euch. Wir lassen noch kurz auf. So, ihr habt noch nicht alle abgestimmt. Es wäre super, wenn ihr euch jetzt entscheiden würdet. Wie gesagt, ihr habt bis zu fünf Stimmen oder Nein oder Enthaltung. So, dann schließen wir jetzt die Abstimmung und haben dann gleich auch das Ergebnis für euch. So, wir haben ein Ergebnis und zwar haben wir 268 abgegebene Stimmen. Das heißt, das Quorum liegt bei 135 Stimmen. Auf auf Lisa Anschütz aus dem Kreisverband Rhein-Sieg entfielen 200 Stimmen, auf Sabine von der Beck 142, auf Annette von dem Bottlenberg 172, auf Regina Kaiser 150, auf Tanja Gruber 53, auf Maria Nestorio 12 und auf Petra Schenke 152. Mit Nein hat niemand gestimmt und es haben sich drei Personen enthalten. Das bedeutet, es haben fünf Personen das Quorum erreicht und wir gratulieren für Platz 45. Lisa Anschütz, nimmst du die Wahl an? So, die digitalen Kandidatinnen werden jetzt... Lisa, herzlichen Glückwunsch. Nimmst du die Wahl an? Dankeschön. Ich freue mich sehr und freue mich auf einen spannenden Wahlkampf und ja, wir rocken das. Super, auf Platz 47 ist gewählt, Annette von dem Bottlenberg. Auch an Annette die Frage, nimmst du die Wahl an? Genau, Annette wird jetzt gleich zugeschaltet. Ansonsten haben wir dann für Platz 49, wurde Petra Schenke gewählt, Platz 51 Regina Kaiser und Platz 53 Sabine von der Beck. So, Annette sollte jetzt gleich auch bei uns sein. Genau, da Petra schon hier im Raum ist. Petra, nimmst du deine Wahl an? Du kannst gerne nach vorne kommen und dich. Ja, ihr Lieben, ich nehme die Wahl sehr gerne an und freue mich auf einen gigantischen Wahlkampf. Danke, danke. Regina Kaiser, auch an dich die Frage, nimmst du die Wahl an? Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir rocken das. Super Wahlkampf machen wir. Bis dann. Bis dann. Ja, Sabine, hallo. Nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich nehme die Wahl sehr gerne an und freue mich auf den Wahlkampf. Ja, Sabine, hallo. Super. Ja, Sabine. So, es dauert noch einen kleinen Moment. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf die Dehnübungen, die ihr zugeschickt bekommen habt. Damit lässt sich sicherlich die Zeit auch überbrücken. So, Annette ist jetzt gleich auch bei uns. An alle, die noch planen, auf den kommenden Plätzen zu kandidieren, noch mal kurz der Hinweis. Bitte bleibt bis zum Ende des Wahlverfahrens für eure Plätze im Raum drin, damit ihr im Falle eurer Wahl dann auch die Wahl annehmen könnt. So, hallo Annette, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl gerne an. Dankeschön. Super, herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir jetzt nach diesem Abstimmungsblock zu einer kurzen, zehnminütigen Pause. Zuerst allerdings haben wir noch einen kleinen Einspieler von euch, und zwar von Phasenweise. Die bieten unter anderem jetzt für die Bundestagswahl Workshops und Kurse für Kandidierende an und stellen sich euch in einem kurzen Einspieler jetzt vor. Dann gehen wir in die Pause und werden um zehn nach dann hier wieder miteinander die nächsten Plätze wählen. Bis dahin. Hallo, ihr Lieben. Hier sind Martin und Sabine vom Trainerinnen-Netzwerk Phasenweise. Und wir senden euch ganz herzliche Grüße an diese sicherlich viele aufregende LDK und wünschen denjenigen unter euch, die kandidieren, von Herzen alles gut. Das Wahljahr wird spannend wie nie. Die letzten Wahlen haben gezeigt, dass die Zeiten vorbei sind, in denen grüne KandidatInnen immer nur über die Liste erfolgreich sein können. Überall da, wo wir antreten, sollten wir es in dem Bewusstsein und mit dem Anspruch tun, auch auf Platz eins kommen zu können. Dadurch wird der Wahlkampf interessanter, aber nicht unbedingt einfacher. Die politischen MitbewerberInnen wissen das auch und werden sich stärker darauf konzentrieren, euch anzugreifen. Der Wahlkampf wird persönlicher und es kommt neben unseren grünen Inhalten mehr denn je auf euch als Personen an. Ja, und dabei gibt es noch einiges anderes zu bedenken. Wie wollt ihr euch positionieren und politischen MitbewerberInnen abgrenzen? Wie baut man eine gute Kampagne auf? Stellt ein erfolgreiches Team zusammen? Wie schafft ihr es, euch mit euren Herzensthemen und euren Stärken gut zu präsentieren? Stichwort Storytelling. Und nicht zuletzt, was ist bei einem Wahlkampf unter Pandemiebedingungen und dann auch noch vor allem in der letzten, in der heißen Phase zu bedenken? Vielleicht habt ihr noch nicht auf alles gute Antworten und deswegen haben wir Berlin Begrünen aufgelegt, um euch zusammen mit anderen KandidatInnen bis zur Wahl im September zu begleiten. Genau, und jetzt wollen wir euch mal kurz zeigen, wie das aussehen könnte. Bei einem knackigen Einstiegs-Workshop, drei Zeitstunden an je drei Abenden, schauen wir uns mit euch genau die zentralen Themen eurer Kandidatur an. Positionierung, euer zentrales politisches Narrativ, Zeitplanung, Ressourcen und vieles andere mehr. In einer Gruppe mit anderen KandidatInnen bekommt ihr Inputs, habt Raum für Austausch und erhaltet Gelegenheiten, Strategien für eure wichtigsten Herausforderungen zu entwickeln. Ja, und in den folgenden Monaten bis zur Wahl im September habt ihr noch die Gelegenheit, an ein bis zwei anderen Abenden nochmal weitere wichtige Themen anzuschauen, wie ihr hier sehen könnt. Kampagnenplanung, Besondersauftritt, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch das Thema gendersensibler Wahlkampf, die heiße Wahlkampfphase und last but not least auch die Vorbereitung auf eine eventuell neue Rolle als Mandatsträgerin. Diese Termine dauern auch jeweils drei Stunden und wir schauen da auch auf die individuell auftauchenden Themen im Wahlkampf. Genau. Und falls ihr jetzt neugierig geworden seid und Interesse an dem Programm habt, besucht uns doch einfach auf unserer Website www.phasenweise.org, schreibt uns eine Mail unter kontakt-atphasenweise.org oder ruft uns einfach an. Wir freuen uns darauf, euch in den kommenden Monaten zu begleiten und zu unterstützen und wünschen euch für heute und morgen noch viel Erfolg. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und deswegen. Ich lebe das. Wir machen. eigentlich eigentlich. Ich nennen. zum nächsten Mal. aus dem Kreis, ich bin. und zum nächsten Mal. Wir glauben uns, weil wir für Erneuerung stehen. Wir stehen für Klima-, Umwelt- und Artenschutz, für die Energiewende und in Summe für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit begegnet mir quasi täglich. Ich beschäftige mich mit Produktqualitätsfragen, mit Problemen und deren Lösungen. Produkte werden heutzutage immer schneller einfach weggeworfen. Es ist billiger, etwas neu zu kaufen, da eine Reparatur häufig nicht möglich oder schlichtweg zu teuer ist. Die Nachhaltigkeit beginnt also bereits mit der Konstruktion und Produktion. Dabei geht es nicht nur um die Hardware, sondern immer mehr um die darin enthaltene Software. Welches Smartphone, welches Tablet wird heute länger als vier Jahre genutzt und wandert nicht schon vorher in den Müll? Ganz häufig ist eine veraltete Software, geplante Obsoleszenz das Problem. Die Hersteller übernehmen keine Verantwortung, um Software zu pflegen oder sie nachhaltig zu entwickeln. Die Folgen sind Müllberge, das Auslagern von Recycling nach Asien oder Afrika unter unmenschlichen Bedingungen und schlicht die Versäuchung von Meeren und ganzen Landstrichen. Hinzu kommt die unglaubliche Verschwendung von seltenen Erdenbatterien und anderen Rohstoffen. Reparatur muss zur Pflicht werden. Dies schont das Klima und schafft zusätzliche Arbeitsplätze in Europa. Große Softwareunternehmen haben mittlerweile quasi Monopolstellungen. Sie scheinen sich vieles erlauben zu können. Steuervermeidung und dadurch erzielte Gewinne werden nicht in Nachhaltigkeit oder Qualität investiert und sorgen direkt für ein Anwachsen dieser Müllberge. Ein Beispiel. Was passiert, wenn ein Windows-Update schiefläuft, wenn ein Fehler ausgeliefert wird? Betriebe stehen still, viele hunderttausend Stunden an Nutzungsausfall und Techniker einsetzen, lassen uns erahnen, welcher Schaden entstehen kann. Und ersetzt ein Hersteller diese Kosten? Wohl eher nicht mehrere hundert Seiten Lizenzvereinbarungen schließen so ziemlich jede Gewährleistung von vornherein aus. Es ist also Zeit, die bereits begonnenen Initiativen für Verbesserungen in der Hardwarekonstruktion und Pflicht zur Reparatur auch auf die Entwicklung von Software auszuweiten. Ich fordere die Hersteller in die Pflicht und Verantwortung für ihre Produkte zu nehmen, um die Wirtschaft, die Verbraucher, aber auch und vor allem unsere Umwelt zu schützen. Liebe Freundinnen und Freunde, Robert hat es in seiner Eröffnungsrede bereits angedeutet. Die CO2-Reduktion muss als höchstes Staatsziel und in allen Bundesministerien verankert werden. Es betrifft durch die Bank alle Ressorts. Mir macht dabei Sorge, wenn ich an eine CDU-CSU denke, die zwar angeblich grüne Themen vorantreiben will, aber regelmäßig unter anderem mit einem Verkehrsminister Scheuer auffällig wird, in dessen Ressort der Klimaschutz noch nicht angekommen ist. Genauso sieht es im Wirtschafts- und Umweltministerium aus. Wir stoßen auf Politiker, die die Energiewende eher verhindern als vorantreiben wollen. In einer neuen Regierung brauchen wir deshalb so schnell wie möglich gesetzlich verankerte Vorgaben für ein Klima-First-Programm. Ein wichtiger Baustein muss darin die verpflichtende Nutzung von solarer Energie auf privaten und gewerblichen Neubauten sein. Vielerorts kämpfen wir heute mit den Verwaltungen und den angeblich fehlenden rechtlichen Grundlagen. Hier muss der Bund vorangehen und mit den Ländern eine klare Vorgabe aufstellen, damit die solare Nutzung schneller entwickelt wird. Abschalten ist geboten. Nicht nur AKWs, sondern ich meine im besonderen Maße die Braunkohlemeiler, mit deren Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt wir im rheinischen Revier besonders zu kämpfen haben. Und noch etwas zum Thema Corona. Wenn Nachhaltigkeit gefordert ist, dann doch besonders im Bereich der politischen Entscheidungsträger. Entscheidungen müssen sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und nicht an Amigos, die das Ansehen und die Glaubwürdigkeit beschädigen. Mein Name ist Chris André und ich freue mich auf eure Unterstützung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Chris, für deine Bewerbung. Und wir warten mal noch eine kleine Sekunde, ob noch abschließend Fragen eingehen. Eine haben wir schon. Das ist nicht der Fall. Dann kommt jetzt die Frage von Philipp Schorn-Giesinger. Wieso wäre eine Pflicht zur Reparatur auch für unsere Wirtschaft interessant? Du hast bis zu fünf Minuten Zeit. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Hier wacht noch eine ganze Menge Leute im Saal und sind nervös. Die Pflicht zur Reparatur schafft Arbeitsplätze und das liegt daran, dass wenn, also diese meisten Produkte werden ja gar nicht mehr hier in Europa produziert. Das heißt, wir sind gar nicht mehr an dem Produktionsprozess beteiligt. Also europäische Firmen, die vielleicht die Produktion übernehmen. Und an dieser Stelle können wir tatsächlich Arbeitsplätze schaffen. Wir haben Beispiele, dass sich Leute selbstständig gemacht haben, zum Beispiel Batterien auszutauschen in den diversen akkugetriebenen Geräten. Die kann man nicht zurück nach China schicken, sondern man kann sie hier vor Ort reparieren. Man kann neue Akkus einbauen. Das ist eine wirtschaftliche Frage, was da möglich ist. Es wird oft von den Herstellern erschwert, etwas zu reparieren. Aber genau das muss aufhören und das ist eine Vorgabe, das jetzt den Herstellern nicht nur von der Hardware-Seite, sondern auch von der Software-Seite vorzuschreiben, dass sie ihre Produkte zugänglich machen müssen. Und wir sehen das zum Beispiel, nehmen wir mal E-Bikes. Jeder denkt, naja, das ist ein Akku, prima. Da kann man ja dann mal irgendwann einen neuen Akku reinschrauben. Wenn man aber da rein sieht, heute haben Akkus eine Software eingebaut, eine Firmware. Das heißt, wenn ich diese Firmware, sagen wir mal, blockiere, wie das bei Tintenstrahldruckern zum Beispiel der Fall ist, da wird einfach nach Ablauf eines Zählers der Tintenstrahldrucker gesperrt und dann kann man nicht mehr drucken. Sowas könnte uns auch blühen bei E-Bikes, dass Batterien nicht mehr genutzt werden können, wenn ich kein Originalteil einbauen kann. Und da müssen Hersteller tatsächlich unsere Vorgaben übernehmen, um Zugang zu schaffen. Also eine Art Open Source in diesem Bereich. Und damit schaffen wir die Arbeitsplätze vor Ort, wie gesagt, weil Geräte zurück nach China schicken, lohnt sich nicht, ist ökologisch auch sicherlich nicht der Weg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Chris. Bevor sich jetzt Robin Konrad aus dem Kreisverband Recklingenhausen hier in Erinnerung ruft, für euch kurz noch die Mitteilung. Maria Nistorio aus dem Kreisverband Dürren hat ihre Kandidatur für den aktuellen Block zurückgezogen. Genau. Und Robin Konrad, genau, aus dem Kreisverband Recklingenhausen, du hast noch eine Minute Zeit, um dich in Erinnerung zu rufen. Hallo, ihr Lieben. Ich stehe für eine Klimaanpassungspolitik, die neben einer Klimaschutzpolitik steht. Es ist richtig, dass wir dafür kämpfen und dass wir viel darüber sprechen, dass Klimaschutz und die Einsparung von CO2 und anderen Treibhausgasen nach vorne gebracht wird. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass wir uns an die Folgen anpassen müssen. Zum einen an die Folgen, die jetzt schon da sind und die sehr sicher mit dem 1,5-Grad-Ziel kommen werden, denn auch das 1,5-Grad-Ziel hat Auswirkungen für uns, drastische Auswirkungen für unsere Lebensweise. Aber auch an die Folgen, die wahrscheinlich kommen werden, denn wir sind gerade nicht auf dem besten Weg, Paris einzuhalten. Die Folgen von über 2 Grad sind dramatisch und wir müssen jetzt Pläne schaffen, Pläne für 30 Jahre, für 40 Jahre und selbst Pläne für 100 Jahre. Und an diesem Plan möchte ich mit euch und für euch arbeiten und dafür kandidiere ich. Vielen Dank, Robin. Als nächstes kann sich Frederik Hartmann aus dem Kreisverband Düsseldorf in Erinnerung rufen. Der ist nach meinen Informationen analog hier. Nein. Der wird digital zugeschaltet. So, Frederik, du siehst und hörst uns. Wir sehen und hören dich auch. Du hast eine Minute Zeit. Ja, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich bin Frederik Hartmann, 32 Jahre alt, junger Vater, seit 9 Jahren grünes Mitglied, seit 8 Jahren kommunalpolitisch aktiv. Sechs Jahre war ich davon im Stadtbezirk aktiv, in dem die Bruderschaft meinte, den Stadtbezirk mit rechter Gewalt zu erobern. Von sowas lasse ich mich nicht einschüchtern. Ich bin Direktkandidat im Wahlkreis Düsseldorf-Nord. Gestern habe ich mich mit den Themen Klima und Bildung vorgestellt und mit einer zukunftsorientierten Flughafenpolitik, die uns hier alle betrifft. Heute werbe ich für eine verlässliche und transparente Politik. Es muss Schluss mit den Skandalen der CDU sein. Dafür werden wir, Sarah und ich, hier in Düsseldorf die CDU vom Thron stoßen. Lasst uns das Vertrauen in die Politik wiederherstellen mit einer weitsichtigen und verantwortungsvollen Politik. Dafür stehe ich und dafür würde ich mich gerne über Unterstützung freuen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frederik. Dann ist jetzt der Nächste, der sich in Erinnerung ruft. Martin Kegius aus dem Kreisverband Hamm, der auch analog hier vor Ort ist. Jetzt gerade zum RednerInnenpult kommt und euch gleich sich bis zu einer Minute in Erinnerung ruft. Ja, mein Name ist Martin Kestjusch. Ich habe das Votum meines Bezirksverbandes, meines Kreisverbandes und bin auch für die Direktkandidatur vorgesehen. Mich treibt Ungerechtigkeit an. Deswegen ist das Thema meins, das Asylpolitik. Dort ist es greifbar. Asylbewerberleistungsgesetz, Asylbewerber erhalten immer noch wesentlich weniger als Hartz-IV-Empfänger, obwohl diese das Existenzminimum erhalten und in der Gesundheitsversorgung erhalten. Asylbewerber auch nicht dieselben Leistungen wie alle anderen. Das schreit nach Ungerechtigkeit. Das ist Ungerechtigkeit. Und das Heftigste ist im Grunde die Politik, die wir mittragen im Mittelmeer. Das stille Sterben im Mittelmeer. Das kann ich nicht mittragen und das will ich nicht mittragen. Und daher möchte ich in den Bundestag. Danke. Vielen Dank, Martin. Genau, Fragen sind bei In-Erinnerung-Rufen nicht, weil die Fragen konntest du ja gestern bereits beantworten oder aber die fünf Minuten nutzen oder der Versammlung schenken. Dann haben wir jetzt als nächstes digital aus dem Rhein-Sieg-Kreis Dr. Arndt Kuhn zugeschaltet, den ihr jetzt gleich in wenigen Momenten auch sehen und hören werdet. Arndt hat sich gestern bereits vorgestellt. Das heißt, er ruft sich heute in Erinnerung. Und ich sehe und höre, Arndt, du hast eine Minute Zeit. Ja, vielen Dank. Liebe Delegierte, die vielleicht wichtigste Aufgabe für Politik auf allen Ebenen ist, vorzubeugen und Vorsorge zu treffen, das, was auf uns zukommt und zukommen kann. Denn besteht für mich eine zukunftsweisende Klimapolitik aus drei Schwerpunkten. Erstens der Klimaneutralität und damit der Vermeidung von Treibhausgasemissionen zum Energiebereich ausschließlich auf erneuerbare Energien setzen, aber auch Methan und Lachgas konsequent runterfahren. Ohne massive Fortschritte hier ist Klimaneutralität nicht möglich, da diese 25 Prozent des Temperaturanstiegs verursachen. Zweitens der Anpassung an bestehende und künftige Klimaveränderungen, vor allen Dingen in den essentiellen Bereichen Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und dem naturnahen Waldumbau. Drittens der CO2-Entfernung aus der Atmosphäre, zum einen mit der Entwicklung technischer Prozesse, aber insbesondere der Stärkung globaler, natürlicher Prozesse, der Kohlenstoffsenken, Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete und dem Humusaufbau in den landwirtschaftlich genutzten Möden. Ich heiße Arnd Kuhn, bin seit 17 Jahren Kommunalpolitiker im Rat der Stadt Bornheim und dort Vorsitzender der mittlerweile zweitstärksten Fraktion. Seit über zehn Jahren bin ich einer der Sprecher der LRG Wald, Landwirtschaft und ländlicher Raum, der Votung ich bekommen habe. Ich arbeite als Wissenschaftler in nationalen und internationalen Projekten im Umweltbereich zum nachhaltigen Pflanzenwachstum unter sich verändernden Umweltbedingungen. Arndt, kommst du zum Ende? Ich bitte um eure Unterstützung meiner Kandidatur. Vielen Dank. Vielen Dank, Arndt. Dann haben wir jetzt gleich digital aus dem Kreisverband Herne den Jakob Liedtke zugeschaltet. Dazwischen noch mal kurz der Hinweis, auch wenn ihr technisch die Möglichkeit habt, Fragen an Personen zu stellen, die sich in Erinnerung rufen, ist das Ganze nicht vorgesehen. Das heißt, wir löschen die Fragen dann wieder und die Personen werden die Fragen auch dann nicht zu sehen bekommen und nicht beantworten können. Jetzt haben wir den Jakob da. Ja, super, genau. Wir sehen und hören dich. Du hast bis zu fünf Minuten Zeit. Und da du jetzt das erste Mal dich vorstellst, könnt ihr während Jakobs Rede Fragen stellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die kommende 20. Legislaturperiode des Bundestags wird uns als Grüne alles abverlangen, was wir aufbieten können. Für uns gilt es zu reparieren, was in den vergangenen 16 Jahren zu Bruch gegangen ist und anzupacken und zu gestalten, wofür zu gestalten bei Union und SPD, der Mut, die Durchsetzungsfähigkeit, die Expertise und vor allem der politische Wille gefehlt haben. Bei dieser großen und anspruchsvollen Aufgabe möchte ich mithelfen und ich werbe mit den Voten der LAG Demokratie und Rechts und meines Kreisverbandes Herne im Rücken heute um eure Unterstützung. Es wird in den kommenden Monaten auf uns alle ankommen, den BürgerInnen dieses Landes unsere Überzeugung davon zu vermitteln, dass Politik mehr leisten kann, als Missstände zu verwalten und in Lethargie zu verfallen, sobald sich große Herausforderungen stellen. Wir können die Erderwärmung stoppen. Wir können die Industrie und vor allem den Agrarsektor auf den Weg zur Nachhaltigkeit bringen. Wir können sozialen Ausgleich schaffen und wir können die Potenziale der Vielfältigkeit dieser Gesellschaft lieben. Ich finde, der Bundesvorstand hat mit dem Programmentwurf eine gute Richtung dafür vorgegeben. Auch ich bin der Meinung, dass eben alles drin sein kann in der Zukunft dieser Gesellschaft. Hierzu müssen wir Antworten auf alle gesellschaftspolitischen Herausforderungen anbieten und wenn ich mir den bisherigen Ablauf dieser Veranstaltung und die bisherige Aufstellung dieser Liste bewusst mache, bin ich mehr und mehr der Überzeugung, dass wir absolut das Zeug haben, dem gerecht werden zu können. Ganz besonders will ich betonen, dass es mich ungeheuer motiviert zu sehen, dass so viele bereits ihren unbedingten Willen erklärt haben, neben der absoluten Notwendigkeit für eine grundlegende Wende in der Klimapolitik, die uns letztlich über alle Heterogenität hinaus vereint, auch entschlossen für soziale Belange eintreten zu wollen. Als erster meiner Familie mit einem Universitätsabschluss und durch mein berufliches Wirken in der Koordination von unterschiedlichen Arbeitsmarkt- und Sozialprojekten hier in Herne liegt mir der Kampf für Chancengleichheit sehr am Herzen. Ich würde mich jedoch heute nicht bewerben, wenn ich glauben würde, nichts weiter beitragen zu müssen, damit wirklich alles drin ist in unserem nordrhein-westfälischen Personaltableau. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Antifaschist, seit ich am PC meines Jugendzimmers in Reda-Wiedenbrück in der Microsoft-Encarta-Enzyklopädie zum ersten Mal Filmaufnahmen sah, die die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch die britische Armee dokumentierten. Ich studierte bis zu meinem Master in Geschichtswissenschaft und Gender Studies, Gewalttheorien, die Geschichte faschistischer Bewegungen und Fragen der Geschichtspolitik und der Erinnerungskultur. Ich engagiere mich bis heute in unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Bündnissen gegen Rassismus, Diskriminierung und neue Nazis. Ich habe dabei immer danach gestrebt, Vermittler zu sein und Mehrheiten über unterschiedliche Politikauffassungen hinaus zu organisieren. Um unsere Demokratie vor allen zu schützen, die sie verächtlich machen wollen, brauchen wir geeinte Demokratinnen. Und um den unermüdlichen zivilgesellschaftlichen Stimmen gegen Demokratieverachtung Gewicht zu geben, sie zu unterstützen und zu stärken, brauchen wir einen Kurswechsel in diesem Land. Es ist erschütternd, dass die Große Koalition nicht fähig und willens war, das Demokratiefördergesetz endlich auf den Weg zu bringen. Wie viel deutlicher kann man sein Desinteresse für tiefgreifende strukturelle Änderungen nach Hanau, nach Kassel, nach dem NSU, nach Halle zum Ausdruck bringen, als durch das lapidare Herunterbeten der Extremismus-Doktrin als Begründung für die Ablehnung eines Gesetzes, dass Verbände, Opferberatungsstellen, viele Parteien und unzählige Träger politischer Bildungsarbeit seit Jahren laut Hals einfordern. Viel zu viele Beispiele für den verfehlten Umgang mit rechtsextremen Bedrohungslagen ließen sich hier aufzählen. Und klar ist, es muss sich etwas ändern an der Art, wie dieses Land mit der Bedrohung des Rechtsextremismus und des Rechtspopulismus der AfD umgeht. Ich bin der Überzeugung, dass unser Vorschlag für die grundlegende Neustrukturierung des Verfassungsschutzes hier ein Beispiel sein kann, das Schule macht. Wir brauchen endlich eine strikte Trennung von polizeilichen und geheimdienstlichen Kompetenzen. Ich bin sofort fertig. Wir brauchen eine Institution, die die Gefahren der autoritären und reaktionären Ideologien des Rechtsextremismus und des Islamismus ernst nimmt und bekämpft. Ich möchte in diesem Reformprozess und in angrenzenden Themenfeldern meine Expertise und meine Leidenschaft einbringen und bitte heute dafür um euer Vertrauen und eure Stimme. Ich bin Jakob Dietke, 32 Jahre alt und euer Direktkandidat zum Wahlkreis Herne, Hochum 2. Dankeschön. Herzlichen Dank, Jakob. Es liegen Fragen für dich vor. Die erste Frage kommt von Leonie Hallmann. Der Aspekt der kommunalen Finanzen wurde hier öfter stark betont. Wie ist deine Position zu diesem Thema? Nächste Frage. Einen Moment. Ich muss die Fragen hier ziehen. Nächste Frage. Wirst du dich im Bundestag genauso intensiv um die Vorlagen kümmern wie um deine Pflanzen im Hintergrund? Und es kommt noch eine Frage. Einen Moment. Was brauchen Opfer und Beratungsstellen wirklich? Das war jetzt die Frage von Philipp Schorn-Giesinger und davor die Frage mit den Pflanzen war von Maximilian Roter. Du hast bis zu fünf Minuten Zeit zu antworten. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Okay, vielleicht das Erste mit den Pflanzen. Ich habe keinen grünen Daumen. Ich finde, Pflanzen sind zum Essen da und muss mich hier öfter versuchen, durchzukämpfen dafür, dass wir nicht noch mehr Pflanzen anschaffen. Die Pflege liegt mir nicht so, wie das Zubereiten. Also, was brauchen Opfer und Beratungsstellen wirklich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte das ja kurz anklingen lassen mit dem Demokratiefördergesetz. Im Moment ist es halt so, dass unzählige Stellen, allen voran beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung, die sehr laut dafür getrommelt hat, Projekte immer nur, oder sagen wir neue Ideen, immer nur projektbezogen beantragen kann und dann nach dem Ablauf der Projektlaufzeit immer wieder darauf zurückgeworfen ist, neue Mittel zu akquirieren. Und damit ist eine langfristige Planung im Grunde kaum möglich. Es gibt unzählige Best-Practice-Beispiele, die dann gut funktionieren und eben Best-Practice sind und dann aber leider wieder hinten rüberfallen müssen, weil neue Fördertöpfe neue Fördervorgaben haben und da muss unbedingt dringend was geändert werden. Genau, und die letzte Frage zu den Kommunalfinanzen. Danke dafür, das ist auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Es ist ja von Sabine schon einiges dazu gesagt worden, die auch in meinem KV in Erne ist. Wir sind hier vor Ort unglaublich oft damit konfrontiert, dass zahlreiche Dinge nicht umgesetzt werden können. Ich arbeite hier selbst in der Stadtverwaltung und ich sehe das leider andauernd, dass immer, wenn eine neue Idee da ist, dann scheitert es im Endeffekt am Geld und unsere Demokratie lebt vor Ort. Deswegen müssen die Kommunen auskommlich ausgestattet sein und dafür müssen wir vor allem auch alle hier aus dem Ruhrgebiet uns in der nächsten Legislatur stark zusammenschließen und stark machen. Ich finde, dass Robert mit seinem Paradigmenwechsel hin zu einem eher Deficit Spending orientierten Ansatz in der Haushaltspolitik da auch einen wichtigen Punkt gemacht hat. Ohne das wird es nicht gehen. Wir brauchen mittelfristig eine Lösung dieser Altschuldenproblematik und dafür möchte ich gerne mit eurer Unterstützung kämpfen. Danke. Vielen Dank. Dann ist jetzt der nächste Nick Riesmeier aus dem KV Lippe. Der hat sich gestern bereits vorgestellt und wird sich damit heute bis zu einer Minute in Erinnerung rufen. Genau, stell es dir ein. Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt, wo du redest. Liebe Freundinnen und Freunde, ich konnte mich gestern euch schon einmal vorstellen. Mein Name ist Nick Riesmeier, ich bin 29, ich komme aus dem KV Lippe. Ich sitze dort im Stadtrat in Erlinghausen. Seit 2011 bin ich bei uns Mitglied, seit 2014 auch bei Hörn-Links in den Niederlanden. Einige von euch kennen mich vielleicht auch aus den BAG in Europa und Frieden. Mit der Unterstützung des dritten offenen Votums des Bezirkes OWL und als Direktkandidat im Wahlkreis Höxter-Gütersloh-Lippe kandidiere ich für euch mit einem außenpolitischen Profil. Lasst uns für Menschenrechte, für Frieden und Demokratie in der Welt streiten. Ich habe lange in China gelebt, ich habe lange in Russland gelebt, einen MBA in Lissabon und St. Petersburg machen können und ich möchte diese internationalen Erfahrungen mit einbringen, damit wir uns für eine demokratische Welt schlagmachen und gemeinsam eine souveräne, selbstbewusste Europäische Union bauen. Lasst uns für die Demokratie ein Leuchtfeuer entflammen und den Menschen in der Welt, die für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kämpfen, sagen, wir sind einer von euch. Dafür werbe ich heute nochmal um euer Vertrauen. Dankeschön. Vielen Dank, Nick. Dann haben wir jetzt als nächstes eine digitale Zuschaltung und zwar hören und sehen wir gleich Holger Tamm aus dem Kreisverband Olpe. Ja, genau, auf dem Bildschirm sehe ich dich schon. Du hast fünf Minuten Zeit. Ja, danke. Liebe Grüne, ich halte meine Rede aus dem Home-Sendestudio. Das ist mein gewohnter Platz seit über einem Jahr. Homeoffice, Homeschooling, Homemusikschule, Homesporttraining und so weiter und so weiter. Ihr kennt das. Wir tragen als Familien gerade einen ordentlichen Rucksack. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ich bin voller Vorfreude auf dem bevorstehenden Wahlkampf und ich bewerbe mich für die Landesliste auf dieser historischen LDK. Historisch ist leider das Format der LDK ein Zeichen der Corona-Pandemie. Historisch sind aber auch die guten Vorzeichen vor dieser Bundestagswahl. Ich möchte mithelfen, dass unser Wunsch, dass unser Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung wahr wird. Mein Name ist Holger Tamm, Drittkandidat aus dem Wahlkreis 149, Olpe-Märkischer Kreis. Wie man dieser Tage lesen konnte, hat sich innerhalb von CDU und CSU jetzt eine Klimaunion gegründet, die dafür sorgen will, dass Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhält. Sagen wir es mal so. Manche in der CDU und CSU wollen sich jetzt koalitionsfähig für uns Grüne aufstellen. Mein thematischer Schwerpunkt ist die Energiewende. Energiewende und Klimaschutz kommen nicht ausreichend schnell voran. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms der CDU bremste Armin Laschet beim Klimaschutz mit dem Hinweis auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Klimaschutzes. Aber gerade wegen der immensen sozialen und ökonomischen Folgen des globalen Klimawandels müssen wir bei Energiewende und Klimaschutz schneller werden. Dabei gilt es, die Vorreiterrolle bei der Energiewende auch für ökonomische Vorteile zu nutzen und Arbeitsplätze zu schaffen. Aber auch aus dieser Perspektive ist die Energiewende ein soziales Projekt und wichtig für Deutschland und ganz Europa. Die Menschheit besitzt das Wissen, die technischen Fähigkeiten und die finanziellen Möglichkeiten, um nachhaltiges Leben und Wirtschaften auf unserem Planeten zu ermöglichen. Vielleicht waren die Voraussetzungen, dies zu erreichen, niemals so gut. Auf jeden Fall ist die Umsetzung dessen so dringend geboten wie nie. Wenn wir zum Zeitpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens gesagt haben, es ist 5 vor 12, dann ist die Uhr jetzt leider weitergelaufen. Vor Corona sah es so aus, als schündete ÖPNV vor einem großen Sprung. Hervorgerufen durch die Feinstaubdiskussionen schien sich etwas zu ändern, was auch bitter nötig ist. Als Reaktion auf die Feinstaubdebatte war kurzzeitig auch von kostenlosen ÖMPV die Rede. Corona hat zwar auf der einen Seite Verkehr durch Homeoffice vermieden, punktuell auch den Radverkehr gestärkt, aber ein nachhaltiger Plan für die Verkehrswende ist weiterhin absolut nicht in Sicht. Wir brauchen maximalen Vorrang für Fuß- und Radverkehr. Neben den fachlichen Schwerpunkten Energiewende, Verkehrswende, Klimaschutz ist eine Motivation für meine Kandidatur auch oder besonders mich für eine bessere soziale Gesellschaft einzusetzen. Das hat viele Aspekte, etwa Ehrenamt, Pflege, Kinder und Familie. Zu viele Menschen haben zu wenig zum Leben. Die Covid-Pandemie verschärft den Teufelskreis der Ungleichheit. Die Pandemie hat die schwächsten Gruppen am stärksten getroffen. Geringqualifizierte und jüngere Arbeitnehmer haben mehr Arbeitsplatzverluste hinnehmen müssen als solche in höher qualifizierten Berufen. Frauen, die tendenziell in den am stärksten von Covid-19 betroffenen Sektoren wie dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel überrepräsentiert sind, sind von der Pandemie besonders betroffen. Und, was mir besonders wichtig zu sagen, und Corona hat radikale Tendenzen in unserer Gesellschaft Auftrieb gegeben. Es gibt Kräfte, die tatsächlich in unserer Demokratie rütteln, Reichsbürger, Verschwörungsgläubige und natürlich die rechte Szene in allen ihren Verkleidungen. Vor ein paar Monaten wollten Demonstranten auf das Reichstagsgebäude stürmen. Danach hat die AfD die Störer einfach mal hineingelassen. Was kommt als nächstes? Wir haben in unserer Partei eine klare Linie, was die paritätische Besetzung von Mandaten und Funktionen angeht. Wir stellen klar die Position von Frauen nach vorne und das ist gut so. Ich will nicht vorgreifen, aber ich würde mich freuen, wenn wir die K-Frage am 19. April mit Annalena beantworten würden. Das wäre konsequent und würde uns sehr gut zu Gesicht stehen. Danke euch für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, lieber Holger. Wir warten jetzt noch mal, ob noch abschließende Fragen eingehen. Ansonsten habe ich jetzt drei Fragen für dich, lieber Holger. Erste Frage von Paul-Patrick Muschiol. Holger, was muss sich konkret gesetzlich ändern, um PV-Anlagen und Windkraft, Thema Mindestabstand, zu stärken? Wie kannst du dich dort einbringen? Zweite Frage von Mike Warnecke. Lieber Holger, wie können wir in ländlichen Regionen den Ausbau erneuerbarer Energien stärken, gerade auch bezogen auf die vielen Bürgerinitiativen gegen beispielsweise die Windkraft? Nächste Frage von Fabian Müller. Mit welchen konkreten Maßnahmen schaffen wir die Energiewende? So, Holger, du hast jetzt fünf Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen. Ja, danke. Also die Fragen gehen alle sicherlich in eine Richtung. Ich glaube, dass ich das dann in der Gesamtheit beantworten kann und so ein paar Aspekte mal erwähnen. Bürgerinitiativen gegen gerade Windkraft, das betrifft natürlich auch gerade den Bereich, aus dem ich komme, dem Sauerland. Wir haben aktuell die Situation, dass eigentlich nur wir Grünen aufstehen und vor Ort für das Thema Windkraft kämpfen. Obwohl wir die Beschlüsse haben in der Bundesregierung getragen von CDU und SPD, dass wir 65 Prozent erhebarem Strom bis 2030 brauchen. Also wir brauchen bestimmt, dass wir alle politischen Parteien da zusammenkriegen, die aufstehen und sagen, wir müssen das mit den Bürgern machen. Wir können natürlich nicht gegen die Bürgerinitiativen, Argumente, wir müssen mit ihnen sprechen. Aber das muss ein Programm der Gesamtengesellschaft sein. Wichtig ist mir in dem Sagen immer zu sagen, dass, ja, deswegen ja auch immer oft dann bei Windkraft gegen Argumente herangeführt, beziehungsweise Naturschutz etc. oder kein Wind im Wald. Da muss man schlichtweg sagen, also Windkraft, erneuerbare Energien sind Naturschutz, sind Waldschutz. Ohne Klimaschutz brauchen wir über Atemschutz gar nicht mehr reden. Wir sehen im Sauberland ja auch gerade die trockenen Wälder. Also Grundvoraussetzung für Naturschutz, für Waldschutz sind erneuerbare Energien, ist die Windkraft. Das Thema PV ist sehr wichtig, weil es natürlich der einfachste Weg ist und der mit den geringsten Umweltauswirkungen, wenn ich PV auf die Dächer bringe. Da will ich einen Punkt mal ansprechen. Das Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet, dass es für das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt wird. Wir müssen sicherlich darüber reden, dass Hausbesitzer dann auch die Pflicht haben, dieses Eigentum zum Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Das heißt, dass man auch darüber reden muss, es eine PV-Pflicht gibt im Sinne des Grundgesetzes. Weil ansonsten das Dach, was dort verfügungsstünde, ja verloren ist für die Energiewende. Ja, das sind so vielleicht mal ein paar Antworten, die mir jetzt spontan einfallen zum Thema Windkraft und PV, wenn das okay war. Danke. Ja, vielen Dank, Holger. Dann, bevor jetzt gleich, oder während sich Rüdiger Warnecke aus dem Rhein-Erft-Kreis gerade digital bereit macht, nochmal eine Bitte an alle, die jetzt auf den Plätzen kandidiert haben, aber auch die noch kommen und gerade vor Bildschirmen sitzen, also digital dazu geschaltet sind. Bitte, bitte, bitte bleibt in dem Warteraum drin, denn wenn ihr die Wahl gewonnen habt, wollt ihr sie ja gerne auch annehmen. Das Ganze geht deutlich schneller und einfacher, wenn ihr im Warteraum drinnen bleibt. Deshalb die Bitte, bleibt im Warteraum drin. Und genau, wir haben dann jetzt gleich den Rüdiger Warnecke aus dem Kreisverband Rhein-Erft. Auch der hat sich noch nicht vorgestellt. Doch? Stimmt, der hat sich gestern, stimmt, ich erkenne ihn. Er hat sich gestern schon vorgestellt und hat deshalb noch eine Minute, um sich in Erinnerung zu rufen. Du darfst. Ja, danke schön. Guten Morgen, liebe Benediktierte. Da bin ich wieder. Gerne bringe ich hier nochmal meine drei Themensäulen in Erinnerung. Dezentrale Energiewende über Kompetenzstärkung aller Bürgerinnen. Als Musiker habe ich ein starkes Herz für alle Kulturschaffenden, die dringend in den nächsten Jahren gestützt sein müssen. Und vor allem Strukturwandel im Braunkohle-Revier jetzt. Ich bin Rüdiger Warnecke, ich möchte meine Kompetenz gerne mit einer starken Fraktion in Berlin einbringen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Dann haben wir jetzt noch einen Bewerber hier analog vor Ort. Und zwar Dr. Hans-Peter Weiß aus dem Kreisverband Wesel. Der sich gestern noch nicht vorgestellt hat. Ja, und deshalb fünf Minuten Zeit hat. Ja, danke schön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Die Welt ist im Umbruch und die Herausforderungen sind groß. Eine Krise folgt der nächsten. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Biodiversitätskrise und seit nun über einem Jahr die Corona-Krise. Finanz- und Flüchtlingskrise sind mehr schlecht als recht überwunden. Corona wird trotz Bundesregierung auch vorübergehen. Doch es bleiben zwei dauerhafte und existenzielle ökologischen Krisen, Klima und Biodiversität. Bislang hat die Politik darauf nicht ansatzweise angemessen reagiert. Es wird halbherzig bis gar nicht gehandelt. Ökonomische Interessen genießen Vorrang. Und dem wirtschaftlichen Wachstum wird bedingungslos gehuldigt. Dabei brauchen wir eine Haltung entgegen dem neoliberalen Zeitgeist, dem ökologisch Notwendigen verpflichtet und die Grenzen des Wachstums respektierend. Wir müssen die Art, wie wir uns fortbewegen, wie wir uns ernähren und wie wir wirtschaften, komplett neu denken. Die anderen Parteien halten fest am Neubau von Autobahnen und Fernstraßen und verkaufen es noch als Beitrag zum Umweltschutz. Ich fordere jedoch Änderung des Bundesverkehrswegeplans, Abschaffung des Dienstwagenprivilegs und autofreie Innenstädte. Kurzfristig können Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht nur den CO2-Ausstoß senken, sondern auch die Zahl der Unfälle verringern. Makaber klingen in dem Zusammenhang die Äußerungen des Bundesverkehrsministers. Eine solche Begrenzung widerspreche dem gesunden Menschenverstand. In ländlichen Bereichen wird das Auto noch längere Zeit unverzichtbar sein. Da müssen wir erneuerbare Antriebe stärker fördern. Smarte Technologien können für weniger CO2-Ausstoß sorgen. Die Corona-Pandemie hat weitere Möglichkeiten aufgezeigt. Videokonferenzen statt Flugreisen, mobiles Arbeiten von zu Hause, wo immer es möglich ist. Und mehr Menschen sind in den letzten Monaten aufs Fahrrad umgestiegen. So hatte die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad über 200.000 Unterschriften gesammelt. Traurig nur, dass es erst einer solchen Initiative bedarf, bis unsere Regierungen darauf reagieren. Dabei kann das Fahrrad zum Game Changer werden. Wir brauchen nur zu unseren Nachbarn in den Niederlanden oder nach Kopenhagen zu schauen, wie ein gutes Radwegenetz im ländlichen oder städtischen Bereich auszusehen hat. Dazu sind natürlich Investitionen nötig. Das Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes in Höhe von rund 650 Millionen Euro für zwei Jahre für ganz Deutschland ist da nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Denn umgerechnet sind das nur knapp vier Euro pro Kopf pro Jahr. Das setzt sicherlich keine Trendwende in Gang. Dabei machen sich Investitionen ins Radnetz mehrfach bezahlt. Es kostet weniger, die Luft ist sauberer, es gibt weniger Unfälle und wir leben gesünder. Aber auch im Schienennetz steckt noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Neue Schienen braucht das Land. Ausbau und Modernisierung der vorhandenen Netze. Und auch hier kann die Digitalisierung eine wertvolle Hilfe sein. Bei der Erschließung neuer Projekte darf nicht nur die rein wirtschaftliche Betrachtungsweise ausschlaggebend sein. Faktoren wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Wohlbefinden müssen zwingend mit berücksichtigt werden, wenn nicht sogar an erster Stelle stehen. Damit der ÖPNV auch wirklich genutzt wird, muss man aber nicht nur von A nach B kommen. Es muss barrierefrei, pünktlich und auch für alle bezahlbar sein. Doch neben dem Verkehrsbereich verursacht der Energiesektor noch höhere CO2-Emissionen. Hier brauchen wir schnellstens die Energiewende. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung muss so früh wie möglich erfolgen, am besten noch deutlich vor 2035. Dies erfordert einen zügigen, naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien, wo immer er möglich ist. Wir brauchen ein wirksames Naturschutzgesetz und einen konsequenten Gewässerschutz. Der Raubbau unserer Natur muss ein Ende finden. Kompromisse sind notwendig, aber nicht um jeden Preis. In der Landwirtschaft muss es faire Erzeugerpreise geben, sodass die Bauern davon leben können, ohne auf Subventionen angewiesen zu sein. Der Weg hin zu mehr Ökolandwirtschaft, besser noch zu Permakultur, ist der einzig richtige. Um diesen zu beschleunigen, machen Subventionen auch wieder Sinn. Die augenblickliche ökologische Schieflage darf nicht durch eine soziale Schieflage ausgeglichen, sondern die Verursacher müssen mehr zurechtschaft gezogen werden. Wir benötigen einen deutlich höheren Mindestlohn, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, egal ob man in Ost- oder Westdeutschland lebt, ob man angestellt oder verbeamtet, ob man Frau, Mann oder divers ist. Weitere wichtige Ziele sind für mich mehr Finanz- und Steuergerechtigkeit. Ich denke da zum Beispiel an den Onlinehandel oder die steuerliche Schlechterstellung veganer Lebensmittel. Die Politik muss wieder mehr den Menschen in den Fokus setzen. Wie steht es so schön am Reichtagsgebäude, dem deutschen Volke und nicht dem eigenen Geldbeutel? Dies kommt so langsam auch in den Köpfen der Menschen an. Wir haben nun die Chance, so viele Mandate zu bekommen wie niemals zuvor. Dafür werde ich als Direktkandidat in meinem Wahlkreis Wesel 1 alles geben und bitte euch heute um meine Stimme für einen Listenplatz. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Hans-Peter. Sind Fragen für dich eingegangen? Es ist ja nur eine Frage von Jan Rienke. Wie halten wir unter Krisenbedingungen demokratische Räume offen? Ups, das hat gar nicht so viel mit meinem Thema zu tun. Und es ist noch eine zweite Frage eingegangen. Wie kann Digitalisierung konkret den ÖPNV auf dem Land aufbauen und fit machen? Ich will mir nicht dauernd mit Wildfremden zu fünft ein Taxi auf Kosten der Steuerzahlerinnen teilen müssen. Das ist eine Frage von Philipp Schorn-Giesinger. Du hast jetzt bis zu fünf Minuten, um auf die Fragen zu antworten. Bitte schön. Ja, danke. Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also ich komme ja aus dem ländlichen Bereich, deswegen ist mir die Situation sehr bekannt. Also man könnte zum Beispiel durch eine App steuern, dass man mit einem Ruftaxi von A nach B kommen kann. Das wäre ein Beispiel dafür, wo man das einsetzen könnte. Was war die erste Frage nochmal? Demokratisierung? Demokratische Räume in Krisenbedingungen offen halten. Demokratische Räume in Krisenbedingungen offen halten. Krisenbedingungen sind wahrscheinlich Krisen gemeint wie die Corona-Krise, nehme ich jetzt mal an. Das würde ich dann sagen, das machen wir ja im Grunde genommen schon. Wir sehen ja ein gutes Beispiel heute hier. Wir haben eine digitale LDK. Also auch in Krisenbedingungen schaffen wir es, um einen demokratischen Prozess in der Partei fortzusetzen. Dazu müssen natürlich rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die das erlauben. Die sind ja vor kurzem auch umgesetzt worden. Das wäre das, was ich zu den Fragen sagen würde. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Wahlgang für die Plätze 46, 48, 50, 52 und 54. Wenn ich gerade nicht völlig falsch gezählt habe, kandidieren elf Personen. Ihr habt maximal fünf Stimmen oder eine Nein-Stimme oder eine Enthaltung. Und ich würde den Wahlgang jetzt eröffnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn es technische Probleme gibt, habt ihr die Möglichkeit, auf der rechten Seite auf das Fragezeichen zu drücken. Vielen Dank. 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 Und gerne langsam jetzt zu einer Entscheidung. Vielen Dank. 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 Wir sind jetzt fertig und starten den zweiten Wahlgang für die Wahl der Listenplätze 48, 50, 52 und 54. Nochmal, ihr habt vier Stimmen oder Nein oder Enthaltung. Für diejenigen, die noch digital bei uns sind im Warteraum, bitte schaltet entweder den Ton eures Streams aus oder schaltet euch auf stumm. Ansonsten hat unsere Technik immer wieder Rückkopplung im Ohr und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, etwas unangenehm. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ihr seid schon fleißig am Abstimmen. Viele haben ihre Wahl auch schon bestätigt. Diejenigen, die das noch nicht getan haben, sollten sich bitte langsam entscheiden und ihre Stimme einloggen und dann würde ich bald den Wahlgang schließen. Aber ich gebe euch jetzt noch ein paar Sekunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wenn ihr diesen Satz bei euch zu Hause hört, ist der Wahlgang jetzt geschlossen. Und wir werten das aus und werden euch dann Bescheid geben, wie es ausgegangen ist. Danke, der Vader und derienst MIDI mir. م fiscal eigentlich legs passt. Und ich hoffe, dass wir unsğimTechnik beschrieben haben. Ich hoffe, es euch mal wiederholfen. Und wir werden uns tollen. Unsbereitungen vor haben. Infine Arc, bitte einmal hört nach Cagearken. Schulsen. Wir dürfen euch бы aus 24 Stunden, wenn ihr in Bedeutungen vorliefer instantanen oder Und ich Dankeschön nehme an, dass da eine Art Neffen vonjs nicht. Mesali ein Geld mus복. Vielen Dank. So, wir haben ein Ergebnis und das werde ich euch jetzt vorlesen. Wir haben 269 abgegebene Stimmen. Das heißt, auch diesmal liegt das Quorum bei 135. Enthalten hat sich niemand. Mit Nein gestimmt haben zwei Personen. Auf Robin Konrad entfielen 94 Stimmen, auf Frederik F. Hartmann 95, auf Martin Keschüs 75, Dr. Arndt Kuhn 57 Stimmen, Jakob Liedtke 132 Stimmen, Nick Riesmeier 110, Holger Thamm 52, Rüdiger Warnecke 76 und Dr. Hans-Peter Weiß. Jetzt ist es so, dass im zweiten Wahlgang niemand das Quorum erreicht hat, sodass wir in einen dritten Wahlgang kommen. Ich rufe noch mal das Wahlverfahren in Erinnerung, was wir uns ja am Freitag gegeben haben. In einem dritten Wahlgang dürfen so viele BewerberInnen kandidieren, wie noch Plätze zu vergeben sind. Plus eine weitere Person bei weniger als vier zu vergebenen Plätzen, plus zwei weitere Personen bei mindestens vier noch zu vergebenen Plätzen. Da wir noch vier Plätze zu vergeben haben, dürfen nun also sechs Personen weiterhin kandidieren. Und das sind Jakob, Nick, Frederik, Robin, Rüdiger und Martin. Ich frage genau, Jakob, würdest du weiter kandidieren oder willst du weiter kandidieren? Ja. Nick, kandidierst du weiter? Ja. Frederik, kandidierst du weiter? Ja. Robin, kandidierst du weiter? Ja. Rüdiger, kandidierst du weiter? Auch ja. Und Martin kandidiert auch weiter, sodass wir jetzt den dritten Wahlgang vorbereiten und dann gleich in den dritten Wahlgang für die Plätze 48, 50, 52 und 54 einsteigen. Ihr dürft bis zu vier Stimmen vergeben. Ihr könnt gerne auch alle vier Stimmen ausnutzen, wenn ihr eure Stimme abgebt. Sollten jetzt die vier Plätze nicht besetzt werden oder einzelne Plätze dieser vier Plätze nicht besetzt werden, wird das Verfahren neu geöffnet. Und wir starten mit einem neuen ersten Wahlgang, wo dann auch neue Personen wieder kandidieren dürfen. Jetzt machen wir aber erstmal den dritten Wahlgang. Sobald das hier fertig vorbereitet ist, werde ich euch Bescheid geben. So, wir sind fertig hier. Vielen Dank nochmal an das fleißige Technik-Team. Wir starten jetzt in den dritten Wahlgang für die Listenplätze 48, 50, 52 und 54. Ihr habt bis zu vier Stimmen. Rollgangs-Team-Team-Team-Team-Team-Tim-Über 150, 53 und 54. Wir starten jetzt in unseren籍 S тур. Jetzt rob 나오는 Liggens. 의 Stimme-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Team-Gebunds fest. Und da auch noch eine andere stehe, ich bin noch nicht. Wir starten jetzt in our nächsten Mal. Und da auch mal noch ganz Tallien. Und da auch noch ein paar Jahre. Die Stimmen gehen langsam ein. Solltet ihr technische Probleme haben, ihr könnt wahrscheinlich mittlerweile schon mitsprechen, findet ihr das Fragezeichen auf der rechten Seite, da könnt ihr draufdrücken und euch wird geholfen. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Parisa. Vielen Dank. 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 Wo ist denn nur werden, das ist auch Ge unnatural. Wir machen ganz einfach gar nichts und nicht diese ohne Beingeissen. Natürlich! Soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Klimaschutz, Verkehrswende. Das sind alles so Themen, aber ganz ehrlich, Hauptsache, Andi Scheuer hört endlich auf, die B64 auszubauen. Straßen NRW sollte übrigens auch Velorouten bauen, Herr Wüst. Bei uns vor Ort formiert sich der Widerstand. Übrigens, vor Ort. Vor Ort machen wir Politik. Ich möchte euer Bindeglied zwischen Bundestag und den Menschen in Westfalen sein. Mein Name ist Joost Beere und ich möchte für uns alle in Telgte, im Kreis Warendorf, in Westfalen und natürlich in ganz NRW im Bundestag antreten. Dankeschön. Vielen Dank, Joost. Und dann kommen wir jetzt zu was wie Boskurt aus dem Kreisverband Köln. Auch er hat sich gestern bereits der Versammlung digital vorgestellt und wird sich jetzt gleich, sobald er zugeschaltet ist, in Erinnerung rufen. Er ist jetzt auch der Letzte, der sich in Erinnerung rufen wird. Alle anderen haben sich bereits vorgestellt und oder in Erinnerung gerufen. Das heißt, danach kommen wir dann auch in die Abstimmung. Was wie Du musst bitte Dein Bild anmachen. Ja, jetzt. Was wie Du musst bitte Dein Bild anmachen. Und am besten bitte Dein Ton aus, sonst höre ich mich hier doppelt und dreifach. Was wie Du musst bitte Dein Bild anmachen. Und am besten bitte Dein Ton aus, sonst höre ich mich hier doppelt und dreifach. Also den Stream. Und dann hast Du jetzt eine Minute, um Dich in Erinnerung zu rufen. Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt, wo Du beginnst zu sprechen. Und dann hast Du jetzt eine Minute, um Dich in Erinnerung zu rufen. Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt, wo Du beginnst zu sprechen. Okay. Und dann hast Du jetzt eine Minute, um Dich in Erinnerung zu rufen. Die Zeit läuft ab dem Zeitpunkt, wo Du beginnst zu sprechen. Bitte mach den Ton von Deinem Stream aus oder schließe den Stream komplett. Ansonsten haben wir ein großes Echo. Ich sehe das gerade nicht. So, jetzt. So, ich glaube, und ja, das hört sich gut an. Genau, jetzt hören wir Dich auch und jetzt kannst Du sprechen. So, also ich habe mich ja gestern schon mal vorgestellt. Mein Name ist Rassim Bozkurt. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Köln. Und ich möchte ein Interessenvertreter für Geflüchtete, insbesondere queeren Geflüchteten sein, gegenüber Ministerien, Behörden und Entscheidungsträgern auf Bundesebene. Ich möchte meine Biografie, die Erfahrungen als Lehrer im Bildungssystem und die Erfahrungen meiner Familie, meiner Geflüchtetenfamilie einbringen, um Deutschland gerechter und besser zu achten. Super, vielen Dank. Dann haben sich jetzt alle vorgestellt und oder in Erinnerung gerufen. Und wir kommen zum verbundenen Einzelwahlgang um Platz 50, 52 und 54. Ihr habt oder es kandidieren neun Kandidierende. Ihr habt drei Stimmen. Ihr dürft gerne auch diese drei Stimmen komplett ausnutzen oder mit Nein oder mit Enthaltung stimmen und der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Und während das passiert, sage ich euch nochmal, wer alles kandidiert. Dr. Dr. Parisa Ariataba aus dem Hochsauerlandkreis, Joost Beere aus dem Kreisverband Warendorf, Waswi Bosgurt aus dem Kreisverband Köln, Robin Konrad, Kreisverband Recklinghausen, Frederik Hartmann, Kreisverband Düsseldorf, Maria Nisturio aus dem Kreisverband Düren, Dr. Arndt Kuhn, Kreisverband Rhein-Sieg, Nick Riesmeier, Kreisverband Lippe und Rüdiger Wernicke aus dem Rhein-Erft-Kreis. Arndt Kuhn. Die Stimmen trudeln hier langsam ein. Es wäre gut, wenn ihr langsam zum Ende eurer Entscheidungsfindung kommt, sodass wir dann in ungefähr einer Minute den Wahlgang schließen können. Vielen Dank. 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 Wahlgang hat keiner der Kandidaten das Quorum erreicht. Jetzt haben theoretisch die Möglichkeit, die drei bestplatzierten Personen weiterhin zu kandidieren. Das sind Robin, Frederik und Nick. Robin, möchtest du weiter kandidieren? Robin? Robin, ja. Frederik auch und Nick auch. Das heißt, wir starten jetzt in einem dritten Wahlgang. Sollte in diesem dritten Wahlgang auch niemand oder nicht mindestens zwei Personen das Quorum erreichen, würden wir den dann verbleibenden oder die beiden verbleibenden Plätze erneut im ersten Wahlgang öffnen, sodass da auch wieder neue Kandidaturen zulässig wären. Ihr habt jetzt bis zu zwei Stimmen, die könnt ihr auch gerne beide nutzen oder Nein oder Enthaltung. Die Abstimmung wird jetzt gerade vorbereitet und gleich dann auch freigegeben. Okay, das heißt, wir sind fertig. Das heißt, der Wahlgang ist jetzt eröffnet. Ohne wonderful. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. went here. Thanks key. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Stimmen trudeln hier ein. Es sieht aus, als ob ihr euch ganz gut beteiligen würdet oder dass ihr euch gut beteiligt. Und genau. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um euch zu entscheiden, wenn ihr eure Stimme noch nicht abgegeben habt. Ansonsten schließe ich gleich den Wahlgang und ihr dürft erst im nächsten Verfahren wieder abstimmen. Okay, der Wahlgang ist geschlossen. So, wir haben ein Ergebnis. Es sind 259 Stimmen abgegeben. Das bedeutet, das Quorum liegt bei 130. Auf Robin entfielen 163 Stimmen, auf Frederik 95 und auf Nick 149. Neun Personen haben mit Nein gestimmt. Drei Personen haben sich enthalten. Und damit ist Robin auf Platz 52 und Nick auf Platz 54 gewählt. Und da sie beide hier sind, dürft ihr gerne einzeln nach vorne kommen, die Wahl annehmen, euch bedanken. Bitte keine Werbung für andere KandidatInnen machen. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön und danke, dass ihr die Tortur mit uns durchgestanden habt. Herzlichen Glückwunsch. Und genau. Nick, auch dich frage ich, ob du die Wahl annimmst. Ja, ich nehme die Wahl an. Danke. Super, dann herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir es jetzt nach zwei kompletten Wahlgängen geschafft, die Plätze bis, die offenen Plätze bis 54 zu besetzen und machen weiter mit den Plätzen 55, 57, 59, 61 und 63. Ihr seht, wir sind gerade Ende der 50er, Anfang der 60er. Wir planen ja, oder wir haben vor und beschlossen, 80 Listenplätze heute zu wählen. Das bedeutet, dass es noch ein wenig dauern wird, zumindest bis wir bei der Pause sind, aber es auch heute Abend länger dauern könnte, wenn wir in der Geschwindigkeit weiter vorankommen. Trotzdem frage ich jetzt, wer sich noch für die Plätze 55, 57, 59, 61 und 63 bewerben möchte. Die tue das jetzt, denn das sind Frauenplätze. So, wir haben eine Kandidatinnenliste. Von den Personen hat sich Maria bereits vorgestellt und zweimal in Erinnerung gerufen. Und Stefanie hat sich gestern bereits vorgestellt, sodass sie sich später noch eine Minute in Erinnerung rufen kann. Wir starten allerdings jetzt erst mal mit Nicola. Du hast fünf Minuten Zeit, sobald du anfängst zu sprechen. Ihr dürft Fragen stellen, die ihr während der Rede einreicht, sodass wir die danach verlesen können. Du hast das Wort. Liebe Freundinnen, mein Name ist Nicola Dichandt. Ich bin 22 Jahre alt und Sprecherin der grünen Jugend NRW. Damit gehöre ich zur Generation Fridays for Future. Bei den ersten kleineren Protesten hat meine Generation die größte Klimabewegung der Geschichte erschaffen. Und ich werde nicht mehr länger zuschauen, wie die Zukunft von mir und meinen Kindern von dieser Bundesregierung verspielt wird. Mit meiner Kandidatur möchte ich zeigen, junge Menschen machen Politik. Und auch auf den nicht mehr so ausreichenden Plätzen ist es super wichtig, dass junge Menschen repräsentiert werden. Doch warum gerade ich? Als angehende Volkswirtin passe ich mit meinen Themen Wirtschafts-, Finanzpolitik und Queerfeminismus perfekt in die heutige Zeit. Denn dieses Jahrzehnt ist das letzte, in dem wir den menschengemachten Klimawandel noch aufhalten können. Doch dafür braucht es nicht nur eine konsequente Klimapolitik, sondern auch eine Wirtschaftspolitik, die die planetaren Grenzen anerkennt und in ihnen wirtschaftet. Wollen wir meiner und allen weiteren Generationen ein Leben in Frieden und Wohlstand ermöglichen, können wir uns ein Weiter-so schlicht nicht mehr leisten. Klimakrise, Coronakrise, soziale Krise. An Krisen mangelt es uns nicht. Doch diese Krisen lassen sich nur gemeinsam lösen. Wir müssen aufhören, klimagerechte Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik gegeneinander auszuspielen. Während der Corona-Krise werden fossile Energieträger weiterhin subventioniert und die Lufthansa mit 9 Milliarden Euro gerettet. So kann es doch nicht weitergehen. Wir Grüne sind doch die Partei, mit der wir mit den Visionen für ein besseres Morgen. Und dieses Morgen möchte ich aktiv mit euch gestalten. Doch schauen wir noch mal auf die Klimabewegung. Diese wird vor allem von Frauen geführt. Und für mich ist klar, wir Grüne stellen uns an die Seite all dieser Frauen. Kehrfeminismus muss der Grundstein sein für eine gerechte und grüne Politik. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen, Inter- und Transpersonen ist im Beruf allgegenwärtig. Ob bei Ausstiegschancen oder allein beim Gehalt. Genauso aber zu Hause und in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen eine echte Geschlechtergerechtigkeit möglich ist. Eine Quote in Führungspositionen, Belohnungen für Unternehmen, die geschlechtergerecht wirtschaften oder höhere Mindestlohne im Bereich der bezahlten Care-Arbeit. Bereits mit vielen kleinen Schritten kommen wir dem großen Ziel etwas näher. Doch auch vor großen Schritten, wie einer angemessenen Grundsicherung für RentnerInnen zur Bekämpfung der Altersarmut von Frauen, Inter- und Transpersonen oder vor einer Reform der Elternzeitansprüche, dürfen wir nicht zurückschrecken. Für mich ist klar, keine politische Entscheidung ohne Feminismus. Mit mir wird es nicht länger eine Wirtschafts- oder Sozialpolitik geben, in der Frauen, Inter- oder Transpersonen systematisch benachteiligt werden. Gemeinsam mit euch habe ich richtig Bock auf Wahlkampf. Unsere Erfolge als grüne Jugend und als Grüne sprechen doch für sich. Die Jugend wählt grün. Doch da geht auch noch mehr. Gemeinsam mit unseren SpitzenkandidatInnen, Nico und Max, und mit euch vor Ort machen wir einen Hammer-Wahlkampf. Und Wahlkampf ist für mich absolute Herzenssache. Ich stehe für innovative Konzepte. Doch genauso gerne stehe ich auch mit der Sonnenblume und dem Flyer in der FußgängerInnenzone. Kein Gespräch ist mir zu mühselig, keine Diskussion zu lang. Denn, liebe Freundinnen, Politik muss vor allem eins sein. Nah am Menschen. Doch momentan wenden sich viele Menschen von der Politik ab. Und um ehrlich zu sein, diese Entwicklung macht mir große Angst. Nach den Skandalen von CDU und CSU ist es doch nun unsere Aufgabe, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Und das schaffen wir nur mit starken Inhalten und authentischem und diversen Personal. Und ich glaube, genau dieses Angebot machen wir mit dieser Bundestagsliste allen BürgerInnen. Ich bin überzeugt, gemeinsam gewinnen wir das Vertrauen in die Politik zurück. Die Verantwortung, die mit dieser Kandidatur einhergeht, dieser bin ich mir sehr bewusst. Und deswegen bitte ich euch heute um euer Vertrauen in meine Vision und in meine Fähigkeiten. Ich bin jung, ich bin weiblich und ich repräsentiere eine politische Generation. Mein Name ist Nicola Dichand, ich bin 22 Jahre alt und gemeinsam holen wir im September ein historisches Ergebnis für die Grüne Partei. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Nicola. Bislang liegen noch keine Fragen für dich vor. Wir warten mal noch einen kleinen Moment. Das sieht so aus, als ob hier auch nichts eingeht. Dann hast du die Möglichkeit, weitere fünf Minuten dich vorzustellen, irgendwas zu reden oder? Nein, danke. Ich schenke die Zeit der Versammlung. Du kennst das schon. Dankeschön. Sehr gerne. Super vorbildlich. Dann kommen wir zu Elisabeth Schaper aus dem Kreisverband Paderborn, die sich jetzt gleich digital zu uns schalten wird. Sie ist da. Das heißt, liebe Elisabeth, du hast fünf Minuten Zeit, um dich vorzustellen und alle anderen können in der Zeit Fragen stellen. Liebe Grüne, die aktuellen Geflügel-Pest-Ausbrüche bei uns im Kreis Paderborn mit den verbundenen Tötungen, vorgestern allein rund mehr als 150.000 Tiere, haben mich dazu bewogen, kurzfristig meine Kandidatur einzureichen. Ich möchte mich aktiv im Bundestag einbringen, um etwas gegen das derzeitige System der Nutztierhaltung in Deutschland zu unternehmen. Fast 95 Prozent aller Landsäugetiere sind von uns menschenabhängig. Die Bedingungen, unter denen Nutztiere leben und sterben, werden alleine von uns bestimmt. Sie verhungern, wenn das Schiff, das sie transportiert, nicht weiterkommt. Sie verbrennen zu Zehntausenden, wenn im Stall Feuer ausbricht oder sie werden zu Millionen vorsorglich getötet, weil wir Angst haben, dass sich unter ihnen Krankheiten ausbreiten könnten. Sie werden getötet oder vernachlässigt, wenn sie einfach nur das falsche Geschlecht haben. Derzeit orientierten sich die Gesetze in erster Linie an wirtschaftlichen Interessen und daran möchte die aktuelle Bundesregierung möglichst wenig ändern. Problematisch ist dabei, dass die Tiere an die Haltungssysteme angepasst worden sind, sei es durch Enthornen oder Kopieren von Schwänzen und nicht umgekehrt die Haltungssysteme an die Tiere. Hier muss ein Paradigmenwechsel stattfinden, weg vom Minimum hin zu einer artgerechten Haltung, sowohl in kleinen als auch in großen Betrieben. Gleichzeitig müssen Bäuerinnen und Bauern in Deutschland weiterhin von ihrer Arbeit leben können. Wir müssen unsere Lösungen gemeinsam mit ihnen entwickeln, denn wir müssen in diesem Land weiterhin genug Lebensmittel produzieren. Die Mehrkosten für eine bessere Nutztierhaltung könnten durch höhere Preise der Endprodukte getragen werden. Da darüber hinaus die industrielle Nutztierhaltung erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Umwelt und auf das Klima hat, müssen wir jetzt und wirklich jetzt die Zahl der gehaltenen Tiere deutlich verringern. Das bedeutet auch, den Konsum von Fleisch, Milchprodukten und Eiern langfristig signifikant zu reduzieren. Es ist unsere Chance und unsere Aufgabe, in der nächsten Legislaturperiode Regierungsverantwortung zu übernehmen und gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Die wichtigsten Maßnahmen für mehr Tierschutz sind die Anpassung von Verordnungen und das Schließen von Gesetzeslücken. Dies beinhaltet die Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, damit Mindeststandards für alle Nutztiere gelten. Denn die aktuellen Tierwohl-Labels beruhen auf Freiwilligkeit und haben nicht dazu geführt, dass es allen Nutztieren besser geht. Wir brauchen eine bessere Kennzeichnung und mehr Transparenz. Ziele müssen auch die Änderung des Tierschutzgesetzes und des Strafgesetzbuchs sein, damit Straftaten effektiver und härter bestraft werden können. Auch die Anpassung der Tierlebensmittelhygieneverordnung zum Beispiel ist notwendig, damit auch das Schwarzschlachten wieder geahndet werden kann. Besonders wichtig ist mir, dass Transportzeiten gesenkt, Tiertransporte in Drittländer gestoppt und Kälbertransporte in den ersten Lebenswochen verboten werden. Auch bei der Schlachtung besteht Handlungsbedarf. Einen ersten Schritt sehe ich neben der Videoüberwachung in einer Zulassungspflicht für Betäubungsgeräte. Außerdem müssen wir unbedingt weg von der CO2-Betäubung von Schweinen. Es gibt viele Baustellen in der Nutztierhaltung, aber auch in der Hobbyhaltung. Denken wir nur an die Qualzucht oder den illegalen Welpenhandel. Aufgrund meiner Hochschultätigkeit sehe ich auch einen Mehrwert in der digitalen Vermittlung von tierschutzrelevanten Inhalten. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, was plötzlich im Bereich Digitalisierung möglich ist. Wir sollten diese Form des Wissenstransfers nutzen. Ich wünsche mir, dass Tierschutz und ein Systemwechsel der Nutztierhaltung wichtige Bestandteile grüner Politik sind und möchte meinen Beitrag als Tierärztin dazu leisten. Der Stillstand im Tierschutz, den es seit 16 Jahren gibt, muss ein Ende haben. Herzlichen Dank. Ja, danke schön, liebe Elisabeth. Wir warten jetzt noch mal kurz, ob noch Fragen eingehen. Eine ist schon da. So, wir haben jetzt zwei Fragen für dich. Elisabeth, die erste kommt von Leonie Kanders. Was machen für dich Nutztiere im Gegensatz zu Haustieren aus? Und die zweite Frage ist von Jan Rienke. Was können wir dafür tun, dass die Alten nicht von der Digitalisierung abgehängt werden? Elisabeth, du hast bis zu fünf Minuten, um die Fragen zu beantworten. Okay, danke schön für die Fragen. Das ist natürlich ein großes Feld, der Unterschied zwischen Nutztiere und Haustiere. Und im Allgemeinen kann man natürlich sagen, dass Haustiere in der Regel erstmal per se besser behandelt werden, weil die Menschen Haustiere als Begleiter sehen. Mag man meinen. Aber es gibt da einfach auch zu viele Baustellen. Wir haben natürlich auch viele Haustiere, die von Menschen gehalten werden, wo die Menschen einfach keine Sachgründe haben, wo es richtig schief läuft. Und da müssen wir auch ran. Also wir müssen dafür sorgen, dass letztendlich die Halter informiert sind, wie Tiere ernährt werden müssen, wie sie gehalten werden müssen, was gut für sie ist, welches Gewicht sie haben müssen beispielsweise, damit sie ein artgerechtes Leben führen können. Also es gibt auf beiden Seiten, bei den Haustieren als auch bei den Nutztieren, erhebliche Mängel, die wir im Grunde bekämpfen müssen. Die Nutztiere sind natürlich in der Anzahl wesentlich größer. Und wir müssen da natürlich effektiv über Gesetze rangehen. Und bei den Haltern von Haustieren, also in der Hobbyhaltung, da müssen wir natürlich auch viel Informationspolitik betreiben. Und ich hoffe, das beantwortet diese Frage. Die zweite Frage, darum ging es, wie wir die alten Menschen nicht abhängen bei der Digitalisierung, ist korrekt. Ich muss es ehrlich sagen, es ist manchmal etwas schwierig. Wann ist man alt? Das ist schon die erste Frage. Meine Kinder oder so würden mich auch als alt ansehen. Und ich glaube, ich bin noch nicht abgehängt. Da ich ja an der Hochschule im Bereich E-Learning und E-Assessment arbeite, muss ich mich also sehr viel damit auseinandersetzen. Ich sehe das natürlich bei meiner Mutter. Die hat erstens schon Schwierigkeiten, englische Begriffe zu verstehen, die ja überall verbreitet sind. Und selbstverständlich hat die auch Probleme, ihr Handy zu bedienen. Man kann sicherlich auf kommunaler Ebene auch versuchen, da Begleitung anzubieten. Das wäre zum Beispiel, denke ich, auch eine Maßnahme, dass man dort versucht, alte Menschen im Grunde zu schulen, dass vielleicht sogar junge Leute so eine Art Angebot machen und interessierte Personen, die mit ihrem Handy beispielsweise oder mit dem Rechner nicht klarkommen, direkt begleiten. Ja, dann vielen Dank. Und wir kommen zu Antje Westhus, die aus dem schönen Bochum uns digital zugeschaltet sein wird. So, Antje hört uns und sieht uns. Und Antje, wir sehen dich auch und hören dich wahrscheinlich auch. Du hast fünf Minuten Zeit. Alles klar. Liebe Freundinnen, seit Beginn meiner Mitgliedschaft war Bündnis 90 die Grünen im Grunde. Ich befreie mich für Frieden, Gerechtigkeit, Frauenrechte und allgemein Menschenrechte. Ich bin Antje Westhus, bin 46 Jahre alt und ich arbeite als Sozialberaterin für Studierende in Bochum. Es kommen viele Studierende mit finanzieller Schwierigkeiten zu mir. Gerade während der Pandemie geraten viele Studierende in finanzieller Not, vor allem alleinstehende Studierende. Ich betreue eine ausländische Studierende mit Kindern, die keinerlei finanzielle Unterstützung bekommt. Sie muss sich jedes Mal Gedanken machen, wie sie sich finanziert. Ich helfe ihr Spenden, kleine Stipendien und kleine Unterstützungen vom Verein zu bekommen, sodass sie sich und ihr Kind finanzieren kann. Eine andere alleinstehende Studierende, die kein Barfuss bekommt, lebt mal Ewa von 700 Euro. Das sind zwei von vielen. Das kann nicht sein, dass Studierende vergessen werden. Vor allem sind ausländische Studierende davon getroffen. Es gibt noch viel Handlungsbedarf für gerechte Gesellschaft. Es müssen gesetzliche Lücken geschlossen werden im sozialen Bereich. Auch im außenpolitischen Bereich sehe ich Handlungsbedarf. Ich bin Feministin. Und ich möchte global für Frauenrechte stark machen. Leider ist im gesamtgesellschaftlich betrachtet immer noch keine Gleichberechtigung erreicht. Als ich erfuhr, dass Erdogan aus dem Istanbuler Konvention austrat, war ich zutief schockiert. Durch den Austritt wird den gewalttätigen Männern ein Signal gegeben, ihre Frauen zu misshandeln, ohne beschreibt zu werden. Das kann nicht sein. Gewalt an Frauen ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen überhaupt. Mein dritter Schwerpunkt, was mir am Herzen liegt. Wir werden viel mit Hass und Gewalt konfrontiert. Es wird immer mehr. Wir brauchen bessere politische Strategien, um dem Rassismus entgegenzuwerden. Zum Beispiel durch politische Bildung kommen wir in unserer Gesellschaft primitiv gegen Rassismus und Hass und Gewalt wirken. Denn durch Kolonialismus und die Sklaverei ist erst Rassismus entstanden. In diesem Zusammenhang gehört Aufklärung und politische Bildung in diesem Bereich. Auch dort muss erinnert werden. Leider sind Menschenrechte in vielen Aktionen nicht selbstverständlich. Sie werden weiterhin missachtet. Es ist so wichtig, dass die Menschenrechte ratifiziert werden, sodass Menschenrechte tatsächlich und rechtlich durchsetzen werden. Ich brenne für die Menschenrechte, für die Gerechtigkeit, für Frauenrechte und Frieden. Und dafür möchte ich mich im Bundestag stark machen und bitte um eure Vertrauen. Ich heiße Antje Westus und ich komme aufs Bofen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, liebe Antje, für deine Bewerbung. Wir warten jetzt mal bis zu einer Minute, ob noch Fragen eingehen. Bisher liegen keine vor. So, es gibt keine Fragen für dich, Antje. Du hast die Gelegenheit, noch fünf Minuten weiter zu bewerben, wenn du das möchtest. Nein, ich denke, es wäre Versammlung. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dann ist die nächste digitale Kandidatin aus dem Kreisverband Wesel, Stefanie Weiland, die sich jetzt in Erinnerung rufen kann. Das dauert immer ein paar Sekunden, aber geht gleich auch direkt los. Da, wir sehen dich. Großartig. Dann hast du eine Minute Zeit. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen. Ich freue mich, dass ich mich noch einmal vorstellen darf und gratuliere allen gewählten Kandidatinnen. Hier in unserer Ortsgeschäftsstelle stehe ich und möchte gerne den Wahlkampf gestalten. Hier haben wir schon viel dafür vorbereitet und getan und möchte das nachhaltig und feministisch als Wahlkampf mit euch zusammen gestalten. Meine Kernthemen sind einmal gegen den Rassismus einzutreten, den Pflegenotstand zu beheben. Das heißt für die Pflegekräfte mehr Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, gleichzeitig aber auch eine Prävention von Krankheiten durch die Stärkung des ökologischen Landbaus und damit eine Förderung der gesunden Ernährung. Die Kennzeichnungspflicht ist dafür für mich auch entscheidend. Um gemeinsam die Zukunft nachhaltig zu gestalten, bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Und dann haben wir jetzt noch Kim Wiesweg aus dem Kreisverband Recklinghausen, die gleich zugeschaltet wird. Und anschließend kommen wir dann zur Abstimmung über die Frauenplätze 55, 57, 59, 61 und 63. Ihr habt dann dort die Auswahl zwischen sechs Kandidatinnen für fünf Plätze. Das heißt, ihr habt auch wieder fünf Stimmen, die ihr gerne auch alle nutzen dürft. Dann, ja, super. Hallo Kim. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Liebe Freundinnen, nicht mal mehr ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Und es fühlt sich oft gar nicht wirklich nach Wahlkampf an. Corona schwebt über allem und es fällt manchmal schwer, in die Zukunft zu schauen. Trotzdem müssen wir uns bewusst machen, die diesjährige Bundestagswahl ist eine riesige Chance. Und so bedeuten wie kaum eine zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Merkel-Ära geht zu Ende. Wir Grünen haben so viel Zuspruch wie nie zuvor. Und trotzdem gibt es auch jenseits von Corona viele Aufgaben, die keinen Tag länger warten können. Das Motto unseres Bundestagswahlkampfs lautet, alles ist drin. Ein passendes Motto, weil wir auf der einen Seite eine realistische Chance haben, in der kommenden Bundesregierung eine wichtige Rolle zu spielen. Und auf der anderen Seite das Programm die Antwort auf alle wichtigen Fragen unserer Zeit liefert. Bei dieser Bundestagswahl geht es also auch darum, den Menschen zu verdeutlichen, dass wir Grüne mehr sind als eine Ein-Themen-Partei. Der Schutz unserer Umwelt steht natürlich im Vordergrund. Von herausragender Bedeutung ist die Bewältigung der Klimakatastrophe. Unter anderem durch massive Investitionen in nachhaltige Mobilität und eine konsequente Energiewende, bei der jeder Mensch mitmachen muss. Aber wir Grüne können und wollen mehr. Wir haben das Zeug dazu, eine Bundesregierung zu führen. Wir haben den Plan für eine gerechte Gesellschaft. Gerecht gegenüber unserer Umwelt und gerecht gegenüber jeder einzelnen Person. So müssen wir nach der Bundestagswahl auch den Sozialstaat reformieren. Das bringt natürlich das Thema Agenda 2010 hervor. Klar ist hier, es wurden Fehler gemacht, die längst hätten behoben werden müssen. Und trotzdem müssen wir in die Richtung der anderen Parteien sagen, diese Reformen waren damals vor allem notwendig, weil die Regierung Kohl sich jahrelang nicht um den Sozialstaat gekümmert hat. Jetzt, nach fast 20 Jahren, wollen wir Hartz IV überwinden. Weg von Sanktionen, komplizierten Anrechnungen von Vermögen und sinnlosen Maßnahmen hin zu einer staatlichen Garantiesicherung. Die Jobcenter sollen sich zu smarten Unternehmen wandeln, die Arbeitssuchenden nicht auf die Finger schauen müssen, sondern ihnen echte Hilfestellung bieten können. Auch bei der Krankenversicherung wollen wir weg von einer Zweiklassenmedizin hin zu einer solidarischen BürgerInnenversicherung, an der sich alle Menschen beteiligen sollen. Das ist nicht nur gerecht, es sorgt auch für eine bessere Finanzierung unseres Gesundheitssektors. Auch bei der Rente müssen wir ran. Das Drei-Säulen-Modell hat den Praxistest nicht bestanden. Wir müssen die wichtigste Säule, die gesetzliche Rente stärken und somit das Rentenniveau zumindest halten. Dafür müssen mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. BeamtInnen, Selbstständige und auch jetzige 450-Euro-JobberInnen. Das Thema 450-Euro-Jobs führt mich zu einem weiteren besonders wichtigen Punkt. Der Geschlechtergerechtigkeit. Gerade Frauen sind viel zu häufig von Altersarmut betroffen oder bedroht, weil sie nach wie vor weniger verdienen als Männer, weil sie häufig rentenversicherungsfreie Jobs haben oder weil das Ehegattensplitting sie benachteiligt. Wir müssen dafür sorgen, den Gender-Pay-Gap zu schließen, in dem Sorgeberufe, in denen Frauen besonders häufig arbeiten, besser bezahlt werden, es mehr Transparenz in den Gehaltsstrukturen gibt und Klagen gegen Lohndiskriminierung erleichtert werden. Frauenquoten müssen konsequenter und häufiger durchgesetzt werden. Sie sind notwendig, solange Geschlechterparität sich nicht von selbst durchsetzt und solange die sexistischen Parolen von rechts nicht leiser werden. Solange ich selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis teilweise dafür belächelt werde, eine Feministin zu sein. Und solange Frauen und Menschen, die sich keinem binären Geschlecht zugehörig fühlen, nicht in allen Ebenen unserer Gesellschaft als gleichwertige Menschen betrachtet werden, solange müssen wir kämpfen. Liebe Freundinnen, ich möchte dabei mithelfen, in diesem Wahlkampf den Menschen in unserem Land zu zeigen, dass wir Grüne den Plan für die Zukunft haben. Ja, dass wir ein Programm haben, das alle Generationen anspricht und auf die wichtigen Fragen unserer Zeit eine Antwort hat. Mein Name ist Kim Wiesweg. Ich arbeite als Schulsozialarbeiterin und als Verfahrenspflegerin für das Betreuungsgericht Gladbeck. Ich bin Sprecherin des Ortsverbandes der Grünen in Dorsten und Mitglied in Dorstener Stadtrat. Als Direktkandidatin im Wahlkreis Bottrop-Recklinghausen 3 und auf Platz 55 der Landesliste will ich Teil des Aufbruchs in ein neues grünes Kapitel unseres Landes sein. Dafür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank, liebe Kim, für deine Bewerbung. Wir warten jetzt noch kurz ab, ob weitere Fragen für dich eingehen. Eine ist schon da. So, dann verlese ich schon mal die erste Frage. Die ist von Jan Rienke. Was ist für dich die wichtigste Erkenntnis aus der Pandemie für künftige Krisen? Kim, du hast bis zu fünf Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten. Danke. Also die wichtigste Erkenntnis für mich ist auf jeden Fall, dass wir Menschen viel mehr schaffen können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir Wege finden, die wir nicht Hass schülen, sondern Vertrauen und Hoffnung stärker befürworten. Ich glaube, es ist selten so bewusst geworden, wie unterschiedlich wir Menschen auf solche Krisensituationen reagieren können. Das hat man gesehen, gerade jetzt, wie viele Menschen auf die Straße gehen und sich sowohl auf der einen Seite die Maßnahmen gegen den Staat aussprechen, aber auch auf der anderen Seite für Frieden und für uns als Zusammenhalt. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir versuchen sollten, Frieden zu schaffen und nicht Hass zu schüren. Denn nur so können wir auch unsere Themen, die uns wichtig sind, weiter einbringen und durchbringen. Genau. Ja. Danke. Ja, vielen lieben Dank. Dann können wir jetzt in die Abstimmung für die Listenplätze 55, 57, 59, 61 und 63 kommen. Wie gerade schon gesagt, wir haben sechs Kandidatinnen. Ihr könnt fünf Stimmen vergeben. Ihr könnt mit Nein stimmen oder euch enthalten. Der Wahlgang ist eröffnet. Das war's. Das war's. Das war's. Die Stimmen trudeln ein. Es wäre super, wenn ihr euch langsam, aber sicher festlegen würdet, eure Stimme einloggen oder eure Stimmen optimalerweise einloggen würdet und dann haben wir auch gleich ein Ergebnis. So, wenn ihr das hört, ist der Wahlgang geschlossen. Wir haben ein Ergebnis und ich kann euch schon mal verraten, bei den Frauenplätzen hat das sehr, sehr viel besser geklappt, als bei den offenen Plätzen. Vielen Dank. Es gab 254 abgegebene Stimmen. Das bedeutet, das Quorum liegt bei 127 Stimmen. Auf Nicola entfielen 182 Stimmen. Auf Maria entfielen 18 Stimmen. Auf Elisabeth 167, auf Antje 179, auf Stefanie 158, auf Kim 184. Zwei Personen haben mit Nein gestimmt und eine Person hat sich enthalten. Damit ist gewählt, auf Listenplatz 55, Kim Wiesweg aus dem KV Recklinghausen. Auf dem Listenplatz 57, Nicola Di Schandt aus dem KV Köln. Auf Platz 59, Antje Westhus aus dem KV Bochum. Auf Platz 61, Elisabeth Schaper aus dem KV Paderborn. Und auf Platz 63, Stefanie Weiland aus dem KV Wesel. Diejenigen, die hier sind, können gerne reinkommen oder nach vorne kommen und optimalerweise die Wahl annehmen. Danach gehe ich die Digitalen durch. Nicola, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf einen super Wahlkampf mit euch. Vielen Dank. Dann gehe ich von oben nach unten. Elisabeth, nimmst du die Wahl an? Wird zugeschaltet und kommt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Antje, nimmst du die Wahl an? Wir hören dich leider noch nicht. Du wirst aber jetzt sofort zugeschaltet und dann sehen wir nicht nur, dass du die Wahl annimmst, sondern wir hören es auch. Jetzt. Antje, du darfst. Ich nehme die Wahl an und freue mich auf den Wahlkampf und ich danke sehr herzlich. Danke. Vielen Dank. Stefanie, nimmst du die Wahl an? Auch du musst bitte ein paar Sekunden warten, bis wir dich mit Ton hier haben. Jetzt. Vielen herzlichen Dank für die Wahl. Ich freue mich auf einen schönen Wahlkampf. Dankeschön. Vielen Dank. Und Kim, nimmst du die Wahl an? Auch du musst bitte ein paar Sekunden warten. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir dich mit Ton hier haben. Jetzt haben wir dich. Vielen Dank, ja. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an alle gewählten Kandidatinnen. Okay, dann gehen wir direkt weiter auf die Plätze. Fertig, los. 56, 58, 60, 62 und 64. Das sind offene Plätze. Und wir warten noch. Ihr könnt jetzt gerade noch eure Kandidatur online einreichen, falls ihr das noch möchtet. Es haben sich bereits gemeldet Tillmann, Breitenstein aus dem KV Düsseldorf, Sascha Gajewski aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Fabian Müller aus dem KV Münster, Maria Nisturoi aus dem KV Düren, Thomas Reinhardt aus dem KV Coesfeld, Johanna Sattler aus dem KV Rheinberg und Dr. Hans-Peter Weiß. Ich sehe nicht, dass es weitere Bewerbungen gibt. Warte aber noch einige. Einer fehlt noch. Ruft hier jemand. Martin möchte auch weiter kandidieren oder möchte jetzt einsteigen in den Wahlgang. Wahlgang um die Plätze 56, um die geraden Plätze 56 bis 64. Das wird jetzt gerade noch umgesetzt. Das wird jetzt wieder Steiger. Ja. Und das wird jetzt auch schon wieder machen. Das wird heute noch. Ja. Ja. Das wird jetzt hier. Das wird jetzt alles. Hofmann rein. Den Kreisverband liefere ich gleich nach. Das Tool ist aber jetzt zu und er hat zurückgezogen. Das heißt, okay, wir bleiben bei der Liste, die ich gerade vorgelesen habe. Ich kriege jetzt noch aktualisierte Infos, wer sich bereits vorgestellt hat. Noch nicht vorgestellt hat sich allerdings definitiv Tilmann Breitenstein aus dem KV Düsseldorf, der hier auch vor Ort ist und gerne schon anfangen kann, jetzt nach vorne zu kommen, um seine fünfminütige Bewerbungsrede zu halten. Vielen Dank. So, wir klären gerade noch eine kurze Frage und melden uns dann gleich wieder bei euch. So, dann Tilmann Breitenstein ist leider gerade nicht hier. Wir stellen ihn jetzt erstmal zurück und würden mit Sascha Gajewski aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis beginnen, der sich digital vorstellt, der sich auch noch nicht vorgestellt hat. Das heißt, Sascha hat jetzt fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen. Jetzt sehen und hören wir dich auch und genau, du kannst starten. Ja, hallo liebe Parteimitglieder, liebe grüne Freunde in Nordrhein-Westfalen. Ich bin für euch wahrscheinlich noch ein unbekanntes Gesicht. Einige kennen mich aus dem Landesarbeitskreis Wirtschaft und Finanzen. Bin seit einigen Jahren bei den Grünen aktiv, mittlerweile Sprecher des Ortsvorstands in Bergisch Gladbach und habe als solcher unter anderem hier einen Koalitionsvertrag in einer Ampelkoalition mit auf die Beine gestellt, zusammen unter anderem mit Maik Außendorf, den ihr erfreulicherweise schon gewählt habt. Ich bin seit letztendlich mehreren Jahrzehnten in allen möglichen Bereichen der Gemeinwohlthemen unterwegs. Komme aus der Solarbranche, habe über Jahrzehnte im Bereich Solarenergie daran mitgearbeitet, die Energiewende voranzutreiben, das später in der Entwicklungszusammenarbeit, auch im Auslandseinsatz getan und bin seit einigen Jahren leidenschaftlich dafür tätig, in einem ganz anderen Bereich Politik voranzubringen, nämlich im Bereich der Gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung, wo es schlicht und einfach um die Frage geht, wie wir mit der knappen Ressource Boden umgehen und wie wir es hinbekommen, dass unsere Städte sowohl im sozialen wie im ökologischen Sinne auf Dauer nachhaltig sich entwickeln und lebenswert für alle Menschen, egal welcher sozialer Herkunft, egal welcher nationaler Herkunft, dort einen lebenswerten Ort finden und in guter Nachbarschaft dort miteinander leben. Das ist ein ganzes Spektrum an Tätigkeiten. Ich würde als Überschrift über meinen Handeln stellen, es geht darum, unsere Wirtschaft so auszurichten, dass sie dem Gemeinwohl dient. Insofern bin ich ein großer Freund des Grundkonzepts der Gemeinwohlökonomie, auch wenn wir alle wissen, dass das noch eine lange Suchbewegung ist, aber halte das für einen wichtigen Beitrag dafür, damit wir in Zukunft die Wirtschaft noch stärker an dem ausrichten, was für Menschen wichtig ist und die Selbstläufe der Wirtschaft und der freien Finanzen damit eingrenzen und eindämmen. In dem Sinne hätte ich große Lust, falls ich auch noch auf diesem weit hinten liegenden Listenplatz die Chance ergebe, das auch bundespolitisch in die Waagschale zu werben und ja freue mich insofern, wenn ihr euch dazu motivieren könnt, mich für diese Position zu wählen oder auf diesem Platz zu wählen. Und nach so einer langen Sitzung, denke ich, reicht die Zeit auch, die ich da mit euch genommen habe. Ich danke euch. Herzlichen Dank, lieber Sascha, für deine Vorstellung. Wir warten noch mal kurz, ob weitere Fragen eingehen. Eine ist schon da. In der Zeit kann ich euch schon mal kurz sagen, Johanna Sattler aus dem KV Rheinberg hat ihre Kandidatur zurückgezogen und kandidiert auf dem nächsten Block der Frauenplätze. Und auch Tillmann Breitenstein aus dem KV Düsseldorf hat seine Kandidatur für diesen Block zurückgezogen und kandidiert für den nächsten Block, sodass wir gleich sechs KandidatInnen auf fünf Plätze haben. So Sascha, jetzt deine Frage von Philipp Schorn-Giesinger. Wo geht dir das Grundsatzprogramm nicht weit genug? Du hast fünf Minuten Zeit, um zu antworten. Das ist ein großer Blöck. Vielleicht würde ich sagen, geht es mir nicht weit genug in der Bodenfrage. Wir haben halt einfach das Problem, dass in Deutschland das Eigentumsrecht so stark ist, dass es Kommunen schwerfällt, bis nahezu unmöglich ist, mit Grund und Boden besser zu aushalten und ihn stärker wieder für den Nutzen von Gemeinwohrentwicklung zu aktivieren. Das wäre sicherlich ein zentraler Punkt. Wobei ich nicht sagen würde, dass es nicht weit genug geht, sondern nicht deutlich genug in dem Punkt ist. Ansonsten bin ich schon der Ansicht, dass wir ein starkes Grundsatzprogramm haben, das uns einen großen Stritt nach vorne gebracht hat. Aber ich finde, es markiert auch ganz deutlich, dass wir als Gesellschaft noch auf der Suchbewegung sind. Wie kriegen wir das Spannungsverhältnis zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, aufgelöst? Und ich glaube, das wird in fünf Minuten Rahmen sprengen, da jetzt alle Themen abzugrasen, die im Grundsatzprogramm verfeinerungsfähig sind. Aber ich finde, das gehört einfach zum politischen Diskurs. Und insofern freue ich mich über die Arbeit mit dem Grundsatzprogramm, statt es weiter zu zerlegen. Super, vielen Dank. Dann haben wir analog hier vor Ort Fabian Müller aus dem KV Münster. Auch du hast fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und alle anderen haben damit fünf Minuten Zeit, Fragen zu stellen, wenn sie denn welche haben. Die Zeit siehst du vorne unter der Kamera, die läuft runter. Aber wir geben dir auch Karten, wenn es quasi gegen Ende geht. Gibt es eine gelbe und eine rote Karte. Liebe Freundinnen und Freunde, 2021 ist das Jahr der Chance. Wir haben die Chance, vieles an dieser Welt zum Guten hin zu verändern. Der Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine starke Demokratie im Dienste der Bürgerinnen und Bürger, das ist das, was mir da besonders am Herzen liegt. Eine der großen Möglichmacherinnen auf diesem Weg, da bin ich mir sicher, das ist die Digitalisierung. Die Studienlage bestätigt es, bis zu 50 Prozent der bis 2030 für den 1,5 Grad Pfad notwendigen CO2-Einsparungen können wir über gezielte Digitalisierungsmaßnahmen realisieren. All diese Potenziale lassen sich allerdings nur dann heben, wenn wir einen umfassenden Zugang zur Digitalisierung ermöglichen. Und genau da will ich ansetzen. Worum geht es hier also? Als erstes geht es mir hier um das Thema Breitbandausbau. Und da, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir richtig schlecht in Deutschland. Während andere Länder der OECD jedes Jahr 10 Prozent mehr ihrer BürgerInnen mit Breitband versorgen, sind wir in Deutschland, wenn es mit der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit weitergeht, erst im Jahre 2053 damit fertig. Und das ist die Folge von einer jahrelangen verfehlten Infrastrukturpolitik, einer unionsgeführten Regierung, einer Politik des Versprechens und des Nichtlieferns. Und hier macht Grün den Unterschied. Denn Grün sein, das heißt nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern es heißt auch benennen, was die Lösungen sind. Und die gibt es hier. Förderverfahren müssen radikal vereinfacht werden und zentralisiert, damit Kommunen sich nicht im Spagat zwischen den Förderungen von Bündnis- und Landesförderprogrammen auf dieselbe Sache aufreiben. Bei mangelnde Tiefbaukapazitäten müssen wir gezielte Anreize für Ausbildung in diesem Bereich und einem verstärkten Zugriff auf den europäischen Binnenmarkt entgegensetzen. Und Interessenkonflikten bei ausbauenden Kommunikationsunternehmen müssen wir durch eine Stärkung der Förderung im sogenannten BetreiberInnen-Modell, das heißt das passive Kommunikationsnetz, bleibt immer als Teil der Daseinsvorsorge im Eigentum der öffentlichen Hand begegnen. Die Frage des Breitbandausbaus ist allerdings auch eine zutiefst soziale Frage. Nicht unerhebliche Teile unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind inzwischen digital. Wer da keinen Anschluss hat, der ist ausgeschlossen. Ein solcher Ausschluss kann aber nicht nur auf Ebene des Internetzugangs geschehen, sondern auch dadurch, dass Menschen keinen Zugang zu digitalen Endgeräten haben oder nicht die notwendige Digitalkompetenz besitzen, am digitalen Gesellschaftsleben teilzuhaben. Hier genügt es jetzt nicht nur ein Angebot zu machen, was für die Menschen, die es sich nicht leisten können, die Kosten übernimmt, sondern wir müssen auch einen gezielten Anreiz setzen, damit ein Markt für solche nachhaltig produzierten und leistungsstarken, günstigen Endgeräte überhaupt erst entsteht. Ebenso brauchen wir eine digitale Bildungsinitiative, damit Opa und Oma nicht schon für die Suche im Internet ihre Enkelin bemühen müssen und damit junge Menschen empowert sind, sich und ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren. Eine große Ungerechtigkeit gibt es auch insbesondere im Bereich der Arbeitswelt. Dort ist es nicht nur so, dass Frauen im ITK-Bereich unterrepräsentiert sind, nein, auch bei denselben Tätigkeiten werden sie von ihren Arbeitgebenden seltener mit digitalen Endgeräten ausgestattet, als es bei ihren männlichen Kollegen der Fall ist. Es gilt jetzt auch, die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen. Wenn ich höre, dass kleine Anfragen des Bundestages per Fax an das Bundesinnenministerium geben, dort eingescannt werden und dann von einer anderen Mitarbeitenden abgetippt werden in Word, bevor sie bearbeitet werden, dann stehen mir die Haare zu Berge. Und ich glaube, vielen Bürgerinnen und Bürgern geht es ähnlich, denn die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger ist inzwischen digital. Da sind wir nicht mehr dabei. Es geht aber auch um mehr, denn eine digitale Verwaltung kann auch transparenter sein und Menschen zur Beteiligung einladen. Und damit können eben auch Menschen eine Stimme bekommen, die keine Lobby haben. Hierfür gilt es vor allem, Digitalkompetenz unmittelbar bei der Verwaltung zu verankern und zu fördern, anstatt teure Beratungsfirmen hinzuzukaufen, die auch mittelträchtige Ergebnisse liefert. Mein Angebot an euch ist, diesen Wandel gemeinsam mit euch zu gestalten. Was bringe ich dafür mit? Zehn Jahre Erfahrung in der Jugendverbandsarbeit im Bereich der Medienbildung, den größten Teil davon als Vorstandsmitglied der Jugendpresse Rheinland, dem Medienverband junger Medienschaffender in Nordrhein-Westfalen, mehr als fünf Jahre erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit mit einem IT-Unternehmen und außerdem bald ein abgeschlossenes Jurastudium, bald, das heißt in acht Tagen, ist der erste Teil meiner staatlichen Prüfung. Also liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns die Digitalisierung gemeinsam anpacken, lasst uns sie in den Dienst stellen für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und für eine Demokratie, die den Menschen dient. Dafür bitte ich um eure Stimme für meine Kandidatur. Danke. Ja, herzlichen Dank, lieber Fabian. Es sind Fragen eingegangen, die ich jetzt ziehe. Die erste Frage kann ich aber schon mal vorlesen. Die ist von Julia Burkhardt. Wo siehst du eine Schnittstelle von Feminismus und Digitalisierung? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist von Philipp Jean Giesinger. Wie bekommen wir das Gender Gap im ITK-Bereich konstruktiv und nachhaltig gekippt? Und die dritte Frage, einen Moment. Die ist von Maximilian Ruta. Ist der Ausbau von Internetinfrastruktur deiner Meinung nach staatliche Daseinsvorsorge? Du hast bis zu fünf Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Also ich fange mit der Frage von dir, Max, an. Also aus meiner Sicht ist der Ausbau von Internetinfrastruktur definitiv Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Für mich haben Glasfaserkabel heutzutage dieselbe Bedeutung wie ein Wasseranschluss. Denn eben ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens findet inzwischen digital statt. In Corona sehen wir, das ist besonders stark so, aber auch vor Corona war das schon so und nach Corona wird es sicherlich noch stärker so sein. Deswegen, da geht es um Teilhabe und deswegen ist es für mich Daseinsvorsorge. Ja, Julia, dir auch vielen herzlichen Dank für die Frage zum Thema Digitalisierung und Feminismus. Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen. Wir sehen, der Frauenanteil in der ITK-Branche, der ist sehr gering. Tatsächlich liegt der aktuell für Zahlen von 2017 bei 28 Prozent. Das ist nicht viel. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir bei den GründerInnen von Startups einen so geringen Frauenanteil haben. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass es nur 14 Prozent von Startups werden mit Frauen gegründet. Das ist sehr, sehr wenig. Und da kann es sich eben lohnen, gezielte Anreize zu setzen, dass Gründungsförderungen darauf aufsetzen. Weil viele neu gegründete Unternehmen setzen eben verstärkt für ihre Geschäftsmodelle auf die Digitalisierung. Deswegen kann man da gut ansetzen. Natürlich gibt es auch insoweit Schnittstellen, dass wir schauen müssen, dass in der Ausbildung eben verstärkt auch darauf eingegangen wird, dass solche Berufsfelder eben auch von Finta-Personen erschlossen werden können. Das ist aber natürlich etwas, was erst über die Zeit wirkt. Also wenn ich jetzt die Ausbildung ändere und darauf eingehe und dafür sorge, dass Menschen da empowert werden, dann ist das etwas, wo ich ja leider nicht gleich morgen die Resultate von sehe. Genau, das geht auch so ein bisschen auf die Frage von dir, Philipp. Genau, das ist so ein bisschen die Richtung. Ich glaube auch, dass wir letztlich diese Ausstattung mit digitalen Endgeräten, die ich für ein großes Problem halte, weil es geht ja auch letztlich um Zugang da zu haben. Also dadurch, dass Menschen die Möglichkeit haben, solche Geräte zu nutzen, sind sie überhaupt erstmal in der Lage, bestimmte Zugriffsmöglichkeiten sich zu eröffnen. Und da ist es ja tatsächlich so, nach aktuellen Zahlen, tatsächlich aus der D21-Studie von diesem Jahr, dass in vergleichbarer Tätigkeit 48 Prozent aller Frauen ausgestattet werden mit digitalen Endgeräten und dagegen über 67 Prozent aller Männer. Also das sind einfach mal fast 20 Prozent mehr und das in derselben Tätigkeit. Also for no reason. Und dem müssen wir auch begegnen. Genau. Danke. Super, vielen Dank. Dann haben wir für diesen Blog die letzte Rede gerade gehört und kommen jetzt. Okay, es ist richtig. Wir haben alle Reden bereits gehört und alle, die kandidieren, haben sich auch schon in Erinnerung gerufen. Das heißt, wir können jetzt zur Abstimmung kommen. Ihr habt fünf Stimmen, die ihr natürlich gerne auch alle nutzen könnt. Ihr könnt auch mit Nein-Stimmen oder euch enthalten. Und die Kandidierenden auf den Plätzen 56, 58, 62 und 64 werde ich euch gleich vorlesen. Wir müssen gerade noch eine Sache hier klären und sind dann gleich wieder bei euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, so. Der Thomas Reinert hat sich doch noch nicht vorgestellt. Das tut uns leid. Manchmal gehen ein paar Dinge durcheinander. Es ist unsere erste hybride LDK und ich finde, dafür läuft das schon alles sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Technik und das LGS-Team. Und wir warten jetzt darauf, dass Thomas Reinert, da ist er. Entschuldigung, dass wir dich übersprungen haben. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dich vorzustellen und ihr als Delegierten habt die Möglichkeit, in dieser Zeit Fragen zu stellen. Aber Thomas, jetzt hast du erst mal das Wort. Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegierte aus ganz Nordrhein-Westfalen. Es ist immer eine schwierige Situation, sich für ein Amt zu bewerben. Wie auch diesmal. Meine Bewerbung steht unter dem genannten Motto Gerechtigkeit und Respekt. Und fünf Minuten vorzustellen für alle Themen ist einfach absolut unmöglich. Deswegen versuche ich, das mal ein bisschen im Schweinsberlauch hinzubekommen. Umbau Hartz IV. Hartz IV ist eine Sache, die damals eingeführt worden ist aus einer Notwendigkeit, die sich aber inzwischen politisch überholt hat. Deswegen ist es wichtig, da eine Grundsicherung zu errichten als Sache ohne Sanktionen. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Genauso auch wichtig, als eigenständiges Kindergrundsicherungselement einzubauen. Ja, das ist in dem Bereich. Für den Bereich Rente finde ich es extrem wichtig, dass wir eine Grundrente bekommen, aus der man auch leben kann. Und zwar ohne irgendwelche Anträge zu stellen auf Anspruch, sondern man hat einfach das Recht dazu. Und um das erreichen zu können, muss die Rentenkassen entsprechend in die Lage versetzt werden, das leisten zu können. Das heißt, Sachen, die eigentlich nicht von den Beitragszahlerinnen eingezahlt worden sind, aber trotzdem ausgezahlt werden, müssen komplett aus der Bundeskasse benommen werden. Und da muss natürlich auch eine Möglichkeit gegeben werden, das zeitlich hinzubekommen. Sprich, nicht alles sofort, sondern in einem überschaubaren Zeitrahmen. Weiterer Punkt, Inklusion. Inklusion muss forciert werden. Ich habe drei Söhne. Einen Sohn ist lernbehindert und ist jetzt im Moment in einer Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Da bin ich sehr stolz drauf, dass er das hinbekommen hat. Ich war lange Zeit auch Sprecher der Eltern und bin auch weiterhin Sprecher im Förderverein bei der entsprechenden Förderschule. Wichtig finde ich, dass es beide Möglichkeiten gibt, dass es sowohl Förderschulen gibt als auch Regelschulen. Aus dem einfachen Grunde, es gibt einfach noch nicht genügend Pädagogen im Bereich Förderunterricht. Und diese Plätze zum Studieren müssen an allen Möglichkeiten, die es gibt, ausgebaut werden. Das ist Aufgabe der Kreise, das ist Aufgabe des Bundes, das ist Aufgabe des Landes. Da müssen wir zusammenarbeiten und Möglichkeiten finden, dass das Ziel, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, sich entsprechend weiterzubilden, auch geschaffen wird. Es gibt bestehende Möglichkeiten, diese Lernmöglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel durch Schulbegleiterinnen und Schulsozialbearbeiterinnen. Und diese Förderungen, die sollten auch verstetigt werden. Es ist sehr, sehr schade, wenn da Fördermöglichkeiten nur auf eine bestimmte Zeit sind und nicht alles langfristig geplant werden kann. Fachleute werden sich dann wegbewerben und fehlen dann natürlich in den Bereichen, in den Settings, in denen sie auch schon am Arbeiten waren. Bereich Energie. Wir müssen faire Preise haben, fair für alle Beteiligten. Die Menschen müssen Energie bezahlen können vor Ort, aber in den Bereichen, wo die Energie erzeugt wird, egal wo auf der Welt das ist, auch bei uns zu Hause, mit erneuerbaren Energien oder anderen Energien, die wir im Moment noch importieren müssen, müssen auch die Leute entsprechend hier genügend entlohnen können, die diese Kohstoffe fördern. Bereich Frieden ist ganz wichtig. Jeder muss ein Recht haben, in Frieden leben zu können. Wenn langfristig gesprochen 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden soll, dann darf es nicht sein, dass so Sachen wie Friedensforschung, Friedensförderung, Friedensprävention da nicht reingehören. Die gehören an erster Stelle daran. Denn ein Krieg, der gar nicht erst entsteht, das ist immer noch der Beste. Wie gesagt, 5 Minuten sind extrem kurz. Wichtig ist auch, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Vollkommen egal, Mann, Frau, Religion, Behinderung oder eben nicht. Das ist eine Grundaufgabe, die wir alle erstellen müssen. Egal ob in Stadt, in Land, in Ost oder West. Ost oder West ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, der kaum noch bis heute angesprochen worden ist. Und zwar spreche ich jetzt insbesondere auch die Tatsache an, dass im Moment hier noch Tarifverträge gibt in Ost und West. Und das muss nach über 30 Jahren deutscher Einheit allmählich auch gefertigt werden, dass es einen Tarifvertrag gibt. Herzlichen Dank für Eure Zeit. Ich freue mich auf Eure Fragen. Ja, herzlichen Dank, Thomas, für deine Bewerbung. Wir warten jetzt noch mal eine Minute. Es sind noch keine Fragen eingegangen. Mal gucken, was die Technik noch so hergibt. Ob die Fragen im EDV-Nirvana hängen oder ob es tatsächlich keine Fragen an dich gibt. Gut, Thomas, es gibt keine Fragen. Du hast die Möglichkeit, die weiteren fünf Minuten zur Bewerbung zu nutzen oder die Zeit der Versammlung zu schenken. Ja, Schenken ist immer so eine schöne Sache, würde ich gerne machen, aber ich möchte ganz kurz noch eine Minute was zu sagen. Und zwar, wir haben unser Motto diesmal mit Mut nach morgen. Wir leben es aber schon heute. Wir fangen an damit und wir machen weiter. Die Frage, was hat Nordrhein-Westfalen, wenn ich als Abgeordnete in Berlin bin. Die Aufgabe Nummer eins, die Bewältigung der Klimakrise wird von vielen schon bearbeitet. Das ist gut und richtig und wichtig und Nummer eins Aufgabe. Aber es gibt genug andere Bereiche, in denen wir auch tätig sein müssen. Und da biete ich meine Hilfe an. Da biete ich meine Erfahrung aus über 30 Jahren Kommunalpolitik mit an. Und ich bin sicher, wir kriegen das alles gewonnen. Vielen Dank für eure Zeit. Allen anderen, die sich beworben haben, viel Glück. Und je mehr wir reinbekommen, desto besser. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas. Dann kommen wir jetzt aber wirklich zur Abstimmung. Und ich kann euch schon mal sagen, sollte es keinen zweiten oder dritten Wahlgang werden. Es ist die letzte Abstimmung, bevor wir dann 30 Minuten Pause machen. Es kandidieren, beziehungsweise wir haben die Plätze 56, 58, 60. 62 und 64. Das sind fünf offene Plätze, auf den sechs Personen kandidieren. Ich eröffne den Wahlgang schon mal und lese euch dann noch vor, wer kandidiert. Sascha Gajewski, KV Rheinisch-Bergischer Kreis. Martin Kessius aus dem KV Hamm. Fabian Müller aus dem KV Münster. Maria Nestorio aus dem KV Düren. Thomas Reinhardt aus dem KV Coesfeld. Und Dr. Hans-Peter Weiß aus dem KV Wesel. Ansonsten könnt ihr noch mit Nein oder Enthaltung stimmen. Und ihr habt, wie gesagt, bis zu fünf Stimmen. So, wie geht es denn jetzt weiter gleich nach der Abstimmung, während ihr hoffentlich fleißig abstimmt? Wie gerade schon gesagt, machen wir gleich 30 Minuten Pause. Ich sage euch dann auch noch mal vorher, also bevor wir in die Pause starten, um wie viel Uhr es hier weitergeht. Ansonsten haben wir gleich kurz vor der Pause die Anfrage vom Kölner Spendenkonvoi bekommen, in dem auch einige von euch als grüne Mitglieder engagiert sind. Die würden gerne auf ein aktuelles Thema hinweisen. Und das tun wir sehr gerne und lassen euch dann mit dieser Videobotschaft, mit diesem Video, was wir vom Kölner Spendenkonvoi bekommen haben, lassen wir euch dann in die Pause gehen. Das ist aber gleich. Jetzt gerade stimmt ihr erst mal ab. Die Stimmen laufen hier gerade schon ein. Und genau, wir lassen euch jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Stimmen laufen hier gerade schon ein. So, die Stimmen trudeln ein. Langsam solltet ihr euch wirklich entscheiden und auf Stimme abgeben drücken, denn in 10 bis 20 Sekunden schließe ich den Wahlgang. So, wenn ihr diesen Satz hört, ist der Wahlgang geschlossen und gleich kommt dann das Ergebnis. So, und wir haben ein Ergebnis. Es wurden 262 Stimmen abgegeben. Damit liegt das Quorum bei 132. Auf Sascha entfielen 155 Stimmen. Auf Martin 169 Stimmen. Auf Fabian 196 Stimmen. Auf Maria 16 Stimmen. Auf Thomas 110 Stimmen. Und auf Hans-Peter 153 Stimmen. Mit Nein haben zwei Personen gestimmt und fünf Personen haben sich enthalten. Damit haben Sascha, Martin, Fabian und Hans-Peter das Quorum erreicht und sind gewählt. Und zwar in der Reihenfolge Fabian auf Platz 56. Martin auf Platz 58, Martin auf Platz 58, Sascha auf Platz 60 und Hans-Peter auf Platz 62. Offen ist dann noch der Platz 64. Da kommen wir gleich dann in einem zweiten Wahlgang zu. Und erst mal die Frage an Fabian. Nimmst du die Wahl an? Genau, du kannst gerne nach vorne kommen. Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Und jetzt werden wir stärkste Kraft. Herzlichen Glückwunsch. Martin, auch bei dir die Frage. Nimmst du die Wahl auf Platz 58 an? Ja, ich nehme die Wahl an. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch. Dann Sascha. Kommt bestimmt jetzt gleich auch wieder digital. Ah, da ist er. Nimmst du die Wahl an? Ah, jetzt bin ich überhaupt erst. Ja, ich hatte mich schon bedankt, liebe grüne Freundinnen und Freunde. Vielen Dank für die Stimmen, die mir auch unbekannterweise viele gegeben haben. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Und Hans-Peter aus dem Kreisverband Wesel. Auch an dich die Frage, ob du die Wahl annimmst. Er ist sofort da. Jetzt kommen wir gleich, sobald er die Wahl dann hoffentlich angenommen hat, in einen zweiten Wahlgang, wo es noch um Platz 64 geht. In diesem Wahlgang können Maria und Thomas weiter kandidieren, denn Maria hat weniger als 15 Prozent. Thomas trittst du erneut an. Es reicht, genau, super. Es reicht, wenn du mit dem Kopf hoch und runter zustimmst. Dann kommen wir gleich in den Wahlgang. Wir warten eben noch, ob er die Wahl annimmt. Und dann habt ihr gleich im zweiten Wahlgang um Platz 64 die Möglichkeit, Thomas zu wählen, Nein mit Nein zu stimmen oder euch zu enthalten. Wir würden dann jetzt auch in den Wahlgang schon mal einsteigen. Vielleicht kann er dann gleich die Wahl anschließend annehmen, beziehungsweise er könnte die Wahl sogar per E-Mail im Nachhinein annehmen. Deshalb starten wir dann jetzt schon mal in den Wahlgang und der Wahlgang ist eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es wäre super, wenn ihr euch langsam entscheidet. Gut, ihr habt ja jetzt auch nur noch eine Stimme, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch nur noch ein Fünftel der Zeit benötigen, um abzustimmen und nachzudenken. So, zehn Sekunden noch und dann schließe ich den Wahlgang. Und wenn dieser Satz bei euch ankommt, ist der Wahlgang geschlossen. geschrieben. . . . . . . . . . Vielen Dank. Und wir haben ein Ergebnis und ich kann euch verraten, es war die letzte Abstimmung vor der Mittagspause. Wir haben 238 abgegebene Stimmen, das heißt, das Quorum liegt bei 119 Stimmen. Auf Thomas Reinhardt entfielen 158 Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 30 Enthaltungen. Damit, lieber Thomas, bist du im zweiten Wahlgang auf Platz 64 gewählt. Und ich frage dich, ob du die Wahl annimmst. Da bist du. Jetzt kannst du auch sprechen. Ja, herzlichen Dank. Ich nehme die Wahl an und ich werde alles dafür tun, dass ihr anderen, die vor mir in der Liste seid, auch nach Berlin kommt und ein Mandat bekommt und antreten wird. Sollte es für mich reichen, dann kommt das Bild, was im Hintergrund ist, mit nach Berlin. Herzlichen Dank. Es wird ein toller Wahlkampf werden. Dankeschön. Super, herzlichen Glückwunsch. So, Hans-Peter ist digital auf dem Weg zu uns, sodass er, ja, jetzt hören und sehen wir dich auch. Du bist gewählt worden. Nimmst du denn die Wahl an? Ja, gerne. Ich bedanke mich bei euch. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich war gerade noch mit dem Ratsch unterwegs. Entschuldigung, dass es ein bisschen später geworden ist. Alles gut kann passieren. Wie gesagt, es ist für uns alle die erste hybride Landesdelegiertenkonferenz. Und genau, wir starten jetzt gleich in die Pause. Ich kann euch schon sagen, um 15.15 Uhr geht es weiter. Wir wechseln jetzt in der Pause auch im Präsidium. Vielen lieben Dank an die Technik und die Landesgeschäftsstelle an dieser Stelle. Es war uns eine Freude. Und für alle, die vorhin gut zugehört haben, wissen, jetzt kommt noch das Video vom Kölner Spendenkonvoi, mit dem wir euch in die Pause entlassen. Vielen Dank und bis 15.15 Uhr. Liebe Grüne NRW, seit drei Jahren sind wir, der Kölner Spendenkonvoi, für flüchtende Menschen in Bosnien aktiv. Drei Jahre, in denen sich die unhaltbare Situation der Menschen vor Ort stetig verschlechtert hat. Nächste Woche brechen wir wieder Richtung Balkan auf. Wir werden wieder Menschen sehen, die Wunden von den Misshandlungen der kroatischen Polizei tragen. Wir werden wieder Menschen sehen, die in zerschlissenen Zelten und Ruinen leben. Ohne Zugang zu sauberem Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Wir werden wieder Kinder sehen, die auf der Flucht ihrer Eltern geboren wurden und für die Sicherheit und Frieden nur in Erzählungen existieren. Wir werden wieder Menschen sehen, die seit Jahren in Bosnien gestrandet sind. Ja, Bosnien ist arm und ja, das System dort ist dysfunktional. Aber nein, Bosnien ist nicht alleine schuld für die verheerende Situation der Flüchtenden. Nächste Woche werden wir wieder nach Bosnien aufbrechen, aus Köln, der Geburtsstadt Heinrich Bölls. Von Bölls stammt das Zitat, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Lasst uns also realistisch bleiben. Die europäische Flüchtlingspolitik der letzten Jahre hat nicht versagt. Sie tut genau das, was sie tun soll. Sie berichtet systematisch internationales und europäisches Recht. Sie verwert Flüchtenden das Recht auf ein Asylverfahren. Sie lässt Menschen im Mittelmeer ertrinken oder pusht sie illegal zurück. Das Leid, welches wir täglich sehen auf den griechischen Inseln, in den bosnischen Lagern oder auf dem Mittelmeer, ist kein Irrtum oder Fehler. Die Botschaft, die gesendet werden soll, ist unmissverständlich. Für das Ziel der Abschottung nehmen wir den Verlust von Menschenrechten und Menschenleben billigend in Kauf. Wir kennen die Bilder aus Lipa, wir kennen die Bilder aus Karatepe und wir kennen die Bilder der ertrinkenden Mittelmeer. Und ja, auch die Bundesregierung kennt diese Bilder. Lasst uns also realistisch bleiben. Die Angst vor dem Verlust von Kontrolle ist größer als die Angst vor dem Verlust unserer europäischen Werte. Jetzt ist es einfach, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. Auf Ungarn mit seinen Grenzzäunen, auf Kroatien mit seiner brutalen Grenzpolizei und auf Bosnien mit seinen Elendslagern. Aber auch wir in Deutschland sind Teil des Systems der Abschottung und der hohen Mauern. Die kroatische Grenzpolizei beispielsweise wird mit deutscher Technologie und deutschen Autos ausgestattet. Wir verschließen die Augen vor dem Elend in den Lagern und lehnen Evakuierungen mit fadenscheinigen Argumenten zur Bundeseinheitlichkeit ab. Die Suche nach einer europäischen Lösung schieben wir vor, um selbst nicht aktiv handeln zu müssen. Dabei haben wir doch unzählige Kommunen und Städte in Deutschland, die aufnahmebereit sind. Dabei haben wir doch eine Zivilgesellschaft, die ihren Beitrag leisten möchte. Seien wir realistisch. Es sind Menschen, deren Leben durch die bisherige Politik zerstört werden, denen aufgrund dieser Politik ihr Leben genommen wird. Wenn wir über Flucht und Migration reden, sprechen wir immer über und nicht mit Flüchtenden. Wir zeichnen Bilder des Leids und der Hoffnungslosigkeit. Und selbst wenn wir versuchen, Sprachbilder der Entmenschlichung zu vermeiden, so kommen die Menschen hinter den Geschichten doch häufig zu kurz. Und deshalb möchte ich euch nun eine Geschichte von einer Begegnung in Bosnien erzählen. Wir haben Bilal und seine Gruppe erst gegen Ende unserer letzten Fahrt kennengelernt. Sie leben nicht in einer Ruine, nicht in einem Flüchtlingslager, sondern sie leben in Zelten im Wald. Im bosnischen Winter bei Minusgraden hat sich die Gruppe ein improvisiertes Lager errichtet. Direkt bei unserem ersten Besuch sind sie uns, wie so viele andere auch, mit ihrer ihnen eigenen Gastfreundschaft begegnet. Mit den einfachsten Mitteln, einer Pfanne, einem Topf und einer Autofelge haben die Männer für uns gekocht. Gelöst haben wir den Abend mit dem Erzählen von Geschichten verbracht. Über Flucht und Heimat, über Ängste und Hoffnungen über Perspektiven und Perspektivlosigkeit. Eine Aussage von Bilal ist uns dabei immer wieder in den Kopf gekommen. Heute Abend sind wir nicht hier im Wald. Ihr seid bei uns zu Hause. Wir sind eure Gastgeber, die etwas anzubieten haben, die etwas teilen können. Wir sind mehr als unsere Fluchterfahrung. Die Intention war klar. Heute Abend begegnen wir uns als Menschen. Allem Leid und aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz. Für Bilal und seine Freunde, für alle Menschen auf der Flucht, fordern wir die Wahrung der Menschenrechte. Wir fordern geordnete und gerechte Asylverfahren. Eine Strafverfolgung und Ächtung von Pushbacks jeglicher Art. Wir fordern die Schließung von Elendslagern und eine menschenwürdige Unterbringung. Wir fordern sichere Fluchtrouten, ohne Mauern und Minen, ohne Trähingas und Schlagstöcke. Wir fordern, den Weg freizumachen für die vielen aufnahmebereiten Kommunen. Grüne Politik, eure Politik, muss sich in den nächsten Jahren auch daran messen lassen, ob sie es schafft, das Leid vor unserer Haustür zu beenden. Die europäische Flüchtlingspolitik der letzten Jahre hat nicht versagt. Sie tat genau das, was sie tun sollte. Mit der nächsten Bundestagswahl könnt ihr das ändern. Ihr müsst es ändern. Ja, alles ist drin, aber nur, wenn ihr euch weiterhin einmischt, nur, wenn ihr weiterhin realistisch bleibt. Ja, alles ist drin, aber nur, wenn ihr euch weiterhin einmischt habt. Ja, alles ist drin, aber nur, wenn ihr euch weiterhin einmischt habt. Ja, alles ist drin, aber nur, wenn ihr euch weiterhin ein Wischt habt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.